Eine richtige Bedrohung nach dem Jailer und den Sons ist das irgendwie nicht. Klar helfen wir auf entspannt jetzt den Drachen, aber irgendwie klingt das storytechnisch nicht nach einer Herausforderung. Ja, aber da bringe ich ja immer das Beispiel BFA, ne? Was dachten wir da? Fraktionskrieg. So, erstes Gebiet gespielt, plötzlich Schreine der alten Götter, Schrein des Sturms, Achara, Nsons und Abfahrt, ne? Und das wird, denke ich, diesmal nicht groß anders sein. Vielleicht entwickelt es sich noch ein bisschen langsamer, ja? Sie haben ja auch in diesen Panels und Interviews sehr viel Wert gelegt auf Entdeckung, Erkundung, das Ursprüngliche, ja? Das Alte, was man von WoW so kennt. Aber das wird, denke ich, nicht so bleiben, weil dann wäre es, wie du sagst, ja? Aber nur, weil es jetzt noch nicht direkt in unser Gesicht geworfen wurde, denke ich nicht, dass es komplett inexistent ist, ja? Auch wenn man sich das durchliest Richtung erster Raid, wo uns dann irgendwelche Proto-Drachen-Anhänger von Galakrond, dem Drachenvater, erwarten, Die eben so ein Mindset haben im Sinne von, alles, was nicht Drache ist, muss Drachen dienen, ja? Und die haben irgendwelche rohen, aufgestiegenen Elementarformen und haben bestimmt großes Interesse daran, ihren Vater wiederzuholen Oder sich zumindest an dessen Essenzen zu laben. Und das kann sehr schnell sehr doll knallen und auch eine Gefahr auf kosmischer Ebene werden. Oder eben Nostormu und Murosond im Sinne des ewigen Drachenschwarms eskalieren. Oder die kosmischen Mächte sagen, hm, Drachen, sag mal, die können wir eigentlich auch mal übernehmen, oder? Und zack, haben wir Irel auf Alexstrasza reiten oder so, für das Licht, ne? Also da kann man ja, wie eben besprochen wurde, aufgrund dieser Offenheit in die unterschiedlichsten Ecken denken. Und auch außerhalb der Präsentation gab es ja einige Interviews und auch Infos auf der Website. Da habe ich übrigens ein kleines Zusammenfassungsvideo gemacht auf YouTube. Da kann man ja auch schon einige, ich sag mal, Tendenzen ableiten, ja? Und da sie Galakrond erwähnen und es die Follower von Galakrond gibt und der erste Raid anscheinend in so eine Richtung geht, hm, glaube ich, es wird nicht nur darum gehen, 10 Gnolle zu töten. Das würde mich in der Tat sehr überraschen. Aber wenn es so wäre, bin ich natürlich ganz bei dir, ja? Das wäre dann ganz schön doof. Aber ich frage mich halt, wie die das bei den Draktür mit den Rüstungen machen. Ich fürchte wie bei den Mechagnomen. Man sieht halt, dass die Rüstungen und Kleider von denen genau an ihren Körperbau angepasst sind und komplett eigene Modelle haben und nicht die überwiegend nur aus Textur bestehenden Rüstungen von den konventionellen Spielermodellen sind. Ja, und deswegen haben die dann entweder so eine feste Rüstungsform, bei der man leicht variieren kann oder es werden eben bestimmte Partien ausgeblendet, ne? Mal schauen, bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie die das drehen und wenden. Oder auch nicht, ne? Guten Tag, sehr angenehme Stimme. Grüße dich. Dankeschön. Besser so, wie es jetzt ist, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie zur BlizzCon direkt gesagt, wer der Endgegner von MOP ist. Ist das so? Wussten wir, ist es Garrosh? Hmm, weiß ich for real nicht mehr. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe da gerätselt, wer das sein könnte mit Char und Co. Aber es ist halt auch sehr lange her. Ich weiß ja nicht mal mehr, wie ich zu Legion an die Hidden Skins rangekommen bin, ne? GG Heute Abend Wonderlands. Heute Abend ist wieder Wonderlands. Jawohl. Passt mit der Schicht von Shai. Einer der letzten Wonderlands-Streams. Dann sind wir schon wieder durch, ne? Crazy. Okay, Leute. Organisiert, benutzerdefiniert. Gruppe Lul. L-O-H-L. Server übergreifend für die Horde. Ewiger Palast. Temog Run mythisch. Achara lassen wir stehen. Und ein GS von etwa 220 rum. Wäre ganz wunderbar. Funktioniert der Gilden-Browser? Ne, wieder nicht. Ach man, heute erst jemanden eingeladen, manuell, der seit fast einem Monat warten musste, weil der Scheiß immer noch nicht funktioniert, man. Ich könnte kotzen und heulen. Heul kotzen. Ja, jetzt machen wir aber erstmal den Palast, Freunde. Und gucken mal, ob das hier... Uh, ne schöne Runde wird. Hör mal, da haben aber einige Böcke. So wollen wir das haben zum Reset. Einwandfrei. Bisschen GS, bisschen Kernrolle dabei. Sehr, sehr gut. Haben wir dann auch eine Bane-Rolle. Lachkick. Da ist noch ein Tank. Da ist noch ein Heiler. Da ist noch ein Tank. Super, können wir mit drei Tanks spielen. Da bin ich großer Fan von. Drei Heiler sollten eigentlich passen, bilde ich mir ein. Und dann ist die Gruppe auch schon wieder voll. Jawohl. Im Palast spiele ich super gern mit drei Tanks. Ja, beim Hofstaat macht das einfach alles ein bisschen angenehmer. Und davon abgesehen, Freunde, wenn nichts weiter angesagt, vor den Puls, bitte immer schauen, dass wirklich alle da sind. Ja, ihr kennt das Spiel. Wenn nichts anderes angesagt, zum Pull, HCDs, KR und Weckroffeln. Dann bleibt es nur bei den letzten dreien ein bisschen anders. Ansonsten immer drauf. Ja. Immer drauf. Ich finde es eigentlich gut, wenn da nicht eine noch größere Bedrohung kommen würde. Irgendwann ist der Powercreep an einem Punkt, wo es nur noch lächerlich wird. Ja, aber trotzdem, Heulkotzen ist Keulen. Oh Gott. Ja. Muss aufpassen, was ich hier so mache, ne. Vorsicht ist angebracht. Ja, aber sie dürfen natürlich auch nicht völlig jetzt das Ganze wegschmeißen. Na, also so ein bisschen werden wir, denke ich, auch auf den Dracheninseln lernen zu den Ersten. Oder über die Ersten, ja, über diese titanischen Verbindungen, über diese Wächter, die da ja jetzt mal mehr, mal weniger brauchbar sind. Ne, einige sind ja zerschlagen worden. Oder war es wirklich nur der Zahn der Zeit, der denen zusätzte? Da wird es, denke ich, noch ein bisschen Spekulationsfreiraum geben, ne. Bis wir das eindeutig klären können. Und irgendeine große Dunkelheit wird sich schon dieser Macht annehmen wollen. Ne, ich meine, diese leuchtende Spitze und die großen Inseln, die da jetzt offenbart werden, da werden, denke ich, verschiedenste Völker, Kreaturen und Mächte auch durchaus Interesse dran haben. Von daher glaube ich eher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis uns das Ganze auch mit größeren Bedrohungen wieder um die Ohren fliegt. Auch ganz davon abgesehen, dass die Bedrohung ja durchaus da sein kann, ohne uns ins Gesicht zu schlagen. Was ich damit meine ist, kann sein, dass wir ein Raid bekommen, sagen wir 10.1. Und da versuchen die Jünger von Galakrond in der Drachenöde, die dann heftig redesigned wird, dass wir da dann eben einen Raid haben, wo wir verhindern, dass er wiedererweckt wird. Und bekämpfen dann vielleicht nur so ein Schemen oder die absorbieren eben seine Essenz oder was auch immer. Kann mir gerade noch nicht wirklich vorstellen, wie Bosse in so einem Raid aussehen. Sind das dann 10 Drachen? Wirklich einfach 10 Drachen mit unterschiedlichen Farben oder was wird dabei rumkommen? Werden die auch experimentieren oder verurteilen die sogar das, was Neltarion quasi getan hat, was seine ganze Familie so gebastelt hat? Also da fehlen uns ja noch ein paar Hintergründe, aber diese Gefahr kann ja auch da sein, ohne dass wir Galakrond jetzt persönlich sehen. Das geht ja zum Beispiel auch und das wäre denke ich auch eine spannende Möglichkeit, das Ganze, ich sag mal, in diesen großen Ganzen irgendwie einzuordnen. Ich denke, Blizzard wäre ein Add-on machen, das nicht zu krass wird. Die letzten gingen immer in Richtung immer größer, immer krasser, over the top, eine Bedrohung jagt die andere. Das hat halt Grenzen und ich finde es schön, wenn es jetzt mal ein Add-on gibt, das auf gewisse Weise etwas entspannender ist. Außerdem gefällt mir das wirklich klassische Fantasy-Setting und die Drachenreiterei erinnert verdächtig an Drachen-Zähm leicht gemacht. I like. An sich ist das auch gut, aber das Problem für das, ich sag mal, Lore-Setting und auch das Mindset von einem jeden von uns ist ja, wir haben jetzt in Shadowlands von den Schöpfers-Schöpfern gelernt, von den Fehlern in diesen großen Kreisläufen, die alles im Universum am Laufen halten, naja, sollten, ja, Verschlinger und andere Entitäten, die plötzlich vor unserer Welt auftauchen können wie ein Sageras, ja, und dann ist ganz egal, ob wir jetzt die Dracheninseln suchen oder Ringe reintanzen in Orgrimma, dann haben die die Welt gefunden, stecken das Schwert rein und alles endet, naja. Und das jetzt auszublenden, mhm, um zu sagen, wir entdecken jetzt mit Alexstrasa eine lustige Drachenhöhle, das geht, aber das darf es dann auch nicht nur sein. Das kann, wie gesagt, der Anfang sein, ja, aber dann muss auch wieder irgendeine Verbindung kommen. Und die muss, wie eben angeschnitten, nicht bam in die Fresse sein, ja, die muss nicht mal einen ganzen großen Patch bekommen, aber die darf, denke ich, auch nicht völlig weg sein, weil das wäre fürs Feeling, denke ich, schon sehr, sehr weird und da bin ich auch voll bei denen, die dann sowas sagen wie, hä, was ist jetzt mit dem Schwert, ja, weil es ist eine fucking berechtigte Frage, wenn Alexstrasa die Lebensbinderin landet und sagt, yo, die Welt heilt, ähm, Mutti, warten wir eine Sekunde. Also durchaus, ja. Bei einem sauberen Run T-Morg, gerne, nur bitte keine Fullsets. Ich call jetzt schon mal, dass wir einen Gnollboss namens Pogger kriegen, Bruder des großen Übels, der ewigen Geiße, Hogger, ach schön, und seine Kinder sind dann die Poggers, ja, und dann wurde Twitch erfolgreich durch, oh mein, wait, wisst ihr, was wir bekommen? Wir bekommen Twitch-Drops und es gibt dann ein Gnollbaby-Haustier und das heißt Poggers. Hier habt ihr es zuerst gehört. Bro, so ein Baby-Gnoll, der so eine riesige Kette mit so einer Kugel hinter sich herzieht, und das ist dann einfach der kleine Poggers. Holy shit, my little Pogchamp, ja, das wird bestimmt passieren. Da arbeiten sie dran. Nur deswegen gab es noch kein Release-Datum bei diesem Baby-Gnoll-Design. Safe. Safe, so wird's kommen. Anni, hi. Endlich Feierabend. Ich bleib heute nur kurz, geh mit meiner Ma und meiner Schwester ins Kino zum neuen Shining Tatum-Film. Das erste Mal seit drei Jahren oder so im Kino. Holy shit, ich weiß auch nicht, wann ich zuletzt war. Viel Spaß auf jeden Fall. Gönnt euch mies. Der Steintyp aus dem Cinematic hat halt schon einen Namen. Ja, was war das? Koranos oder so? Irgendwie auch so richtig klassisch, griechisch, titanisch angehaucht, irgendwas. Das habe ich auch auf Twitter gleich gesehen. Wie gesagt, unsere Entwickler haben auf Twitter so ein bisschen Rede und Antwort gestanden. Also wer sich da demnächst wundert, wo so manche Info herkommt, vermutlich direkt von der Quelle, von den Entwicklern selber. Aber nicht in einem Interview, nicht in einem dieser Vorstellungsvideos, sondern auf fucking Twitter haben die das dann wieder rausgehauen. Checkt deswegen natürlich trotzdem gern die Infos nochmal. Es wird mit Sicherheit auch eine Menge Blödsinn wieder erzählt werden, aber gerade wenn so ein Addon vorgestellt wurde, dann platzen die Infos wieder aus allen Nähten. Kommt man kaum hinterher. Ich wusste es nicht und war sehr wütend nach dem, was er Vol'jin angetan hat. Immer noch spielbar. Ja, ein Dolch im Dunkeln, als Garrosh dann Vol'jin mal kurz assassinieren lassen wollte. Unangenehm. Ich bin so gespannt, was da so passiert. Ich würde gern mehr über die Vergangenheit im Spiel selber erfahren und das könnte ja gut sein mit den Bronze-Drachen und ihren Sanktümern. Galakrond wäre so mega, wenn der auftaucht. Wir können froh sein, dass die Geißle es nicht geschafft hat, den wiederzuholen. Da bin ich absolut bei dir. Ja, also dann wäre nach Vorticar vermutlich Ende gewesen. Der hätte Arthas bestimmt auch gefressen und dann das ganze Universum verschlungen. Let's go. Ich könnte mir vorstellen, dass die Drachengestalt schlussendlich nur eine Ult für den Kampf ist und man eigentlich hauptsächlich in der Menschengestalt rumläuft. Da würde das mit dem normalen T-Mog ja wieder passen. Könnte auch sein. Es sah jetzt in diesen Animationen nicht so aus. Andererseits waren die auch nicht lang genug, um jetzt wirklich näheres Schlussfolgern zu können. Vielleicht ist es dann wirklich nur so eine Art Meta, obwohl sie es dann auch ein bisschen anders hätten vorstellen müssen, können. Ich weiß nicht. Ich glaube, da werden auch einige enttäuscht sein, wenn es so kommen sollte. Ja, und man nicht permanent als nicer Drache rumrennen kann. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Kann natürlich sein. Es ist nicht mal Alpha. Ja, also das kann sie alles noch zehnmal drehen. Die können sie auch im Design nochmal komplett ändern. Ja, das muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass das passiert, aber möglich, dass es passiert. Ich habe, Freunde, Kettenschultern bekommen. Wer die braucht, kann die gern bei mir abholen. Ich muss nur mal schauen, was ich noch brauche. Ihr lasst mich gerade mal gucken. Äh, ewiger Palast. Das war Missklick, hoffe ich. Mythisch. Ich brauche noch den Gürtel, Leute. Hat irgendwer den Gürtel zufällig bekommen? Ne, ne? Ich kann nicht mal sowas sagen wie, oh, Bro, den Gürtel brauchst du nicht, oder? Aber ich habe noch eine Chance. Bei Lady Aschenwind. Da kann noch einer kommen. Oh, wait. Da möchte wer die Schultern? Ja, Sichi, bitteschön. Bitte, bitte. Allerdings weiß man halt noch nicht, wer überhaupt der Gegner ist, da bei Dragonflight alles diesbezüglich noch ziemlich kryptisch gehalten ist. Wir haben, wie gesagt, diese paar Hinweise mit dem großen Sanktum bei den Bronze-Drachen, was förmlich Mugoson schreit. Ja, und wir haben eben diese Infos mit den Followers auf Galakrond, die alles absolut scheiße finden, was nicht den Drachen dienlich ist, ne? Oder einfach alles, was nicht ein Drachen ist. Oder einfach alles, was nicht ein Drache ist. Und ich meine, das geht schon in eine ziemlich klare Richtung. Auch wenn man jetzt nicht weiß, wer Galakrond ist, wenn man da nicht so im Saft steht, wie viele von uns gerade, ja, bei dem Austausch, dann hat man, glaube ich, schon ein ungefähres Bild vermittelt bekommen, warum das die fucking Bad Guys alle betreffend sein können. Und da wird, denke ich, auf jeden Fall drauf aufgebaut. Das Ding ist halt nur, das können Bedrohungen sein für ein Raid, ja, für einen Dungeon, für eine Storyline in einem Gebiet. Können aber auch zielführend sein für ein ganzes Add-on, thematisch betrachtet, ne? Mal gucken, wie das Ausmaß letztendlich aussieht. Frage, sind die Titanen wirklich von der Ordnung? Weil viele haben doch auch Anlehnung der verschiedenen anderen Sphären, wie Leben, Tod und Co. Also, ja, also Titanen sind unseres Wissens nach Wesen der Ordnung, Wesen des Arkanen. Und dennoch können sie anderen Einflüssen erliegen. Und zwar häufig, wenn sie noch nicht geboren sind. Genau deswegen wollen ja auch viele an Azeroth ran, ne? Damit die ihre Energien in diese Weltenseele pumpen können. Und wenn die sich dann irgendwann manifestiert, wenn die geboren wird, dann erliegt sie eben diesen Energien und ist dann kein normaler Titan, sondern einer der Leere, einer des Lebens oder wie auch immer, siehe Eonar. Aber inwieweit das jetzt immer gut ist für die Titanen oder die Ordnung an sich, oder ob das auch alles irgendwelche Schläferagenten sind oder so, ja, Eonar, immer ein bisschen tricky. Muss man immer aufpassen, ne? Siehe ja an Thoros, wo wir nach Elunaria reisen, wo sich Eonar versteckt hat, ne? Als einzige, die da nicht erwischt wurde. Von daher kann es sein, dass uns da auch noch ein bisschen was um die Ohren fliegt. Aber generell würde ich sagen, ja. Das sind Wesen der Ordnung, die aber von anderen Mächten erfüllt werden können. Vielleicht dann auch kontrolliert und gesteuert. Da wissen wir noch ein bisschen zu wenig, ja. Ja, sie haben gar nichts gesagt im Trailer zur Gildeneinladung. Aber man konnte das so ein bisschen sehen. Habt ihr mitbekommen, was Eon für Augenringe hatte? Wie dieser gute Mann geschwitzt und gearbeitet hat, um uns ein schönes Add-on zu geben? Und ich sag's, wie es ist, das hätte er auch ohne Augenringe geschafft. Die kommen nur daher, dass er spätabends noch versucht hat, die Gilden-Invites zu fixen. Daher kamen die Augenringe, Freunde. Damn, ne, da ist einfach noch nichts passiert. Ich hab ja jetzt auch, dieses Problem besteht ja jetzt seit fucking Monaten. Seit Ende letzten Jahres. Und jeden Monat hab ich irgendwie mit einem GM geschrieben. Und jedes Mal bekomm ich nur, ja, sie arbeiten dran. Sie arbeiten dran. Und bei einigen wird das Problem mal behoben, bei anderen eben nicht. Und es ist einfach super sad, ja. Super sad, super ärgerlich. Aber wir können weiterhin nur das Beste hoffen. Und spätestens mit Dragonflight bestimmt... Hm. Yeah. Ja. Dante, hi. Ich könnte mir vorstellen, dass das Add-on auch das nächste Buch einleiten könnte. Im Sinne von, dass durch die Verbindung der Drachen zu Tyr und umgekehrt, das Licht der Meinung ist, die Drachen würden dem Licht gehören. In Dragonflight unterstützt das Licht die Drachen im Kampf gegen die Prototypen und maybe Galakrond. Und im darauffolgenden bekämpfen wir das Licht, weil dieses die Macht der Aspekte annektieren will. Ja. Könnte man halt auf alle kosmischen Mächte münzen. Na, das könnte auch mit dem Leben passieren, welches ja über den Traum und die grünen Drachen auch einen Zugang hätte. Na. Dann soll ja Tyrande wieder eine Kernrolle kriegen. Katkar. Habt ihr das gelesen? Katkar soll eine Kernrolle kriegen in Dragonflight. Oh boy. Furorion, Katkar und Tyrande wurden benannt als Charaktere, die uns durch Dragonflight quasi hauptsächlich begleiten. Hoffentlich ein bisschen aktiver als Bolvar, aber gut. Das sind dann die Details. Erstmal habe ich Bock auf Daddy Katkar. Und das könnte auch für das Leben sprechen. Das heißt, irgendwie ist Illun auch mit Sicherheit wieder mit drin. Ja. Weil auch wenn wir Tyrande da quasi gerettet haben, ist die ja jetzt nicht Anti-Illun oder so. Na, vermutlich ganz im Gegenteil. Und meine Göttin hat mich sogar errettet. Also da kannst du ja auch wieder religiös umdrehen, bis dir das passt. Holy Shit. Insofern kann das mit dem Licht passieren. Klar, wir haben immer noch Turalion. Wir haben immer noch Irel. Ja, wir haben immer noch diese ganze Geschichte mit Lothraxion und der Armee des Lichts und, und, und. Kann aber auch genauso mit der Leere passieren. Kann mit dem Leben passieren. Kann mit dem Chaos passieren. Wer weiß, was mit Sageras und Illidan da oben mal ist. Lehre genauso, wenn ich an Achara und Xalatas denke, die irgendwo Käffchen trinken und nur auf ihren Einsatz waren. Von daher, absolut. Und da sind wir wieder bei kosmischen Mächten, die lauern. Die beobachten. Weil auch wenn wir uns als Spieler, als Helden von Azeroth, eine Pause gönnen. Und uns denken, ja gut, jetzt nach Zowal und so, ihr Schöpfer's Schöpfer. Ich brauche erstmal Päuschen, ich mache erstmal Picknick, weißt du. Breiten wir eine schöne Decke aus. Bisschen Käse, bisschen Wein. Holen so einen alten CD-Player raus. Schön die CD reinpacken. Michael Bublé, weißt du. Und wir stoßen an. Ui, kultiviert, Junge. Auf unseren selbst gebastelten Drachen. Ja, und dann kracht das nächste Schwert genau in diese Szene. Ne, have fun. Wir haben ein bisschen gepennt. Können wir uns in dem Ausmaß also nicht erlauben. Von daher ist es auch da nur eine Frage der Zeit. Ja, und ich denke auch nicht, dass wir ein ganzes Add-on haben werden, ohne irgendwas davon. Das wäre ein bisschen, ein bisschen sehr seltsam. Es wird überall mal durchsickern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Damals stand da irgendwo, dass Garrosh durch seine Entscheidungen im Laufe von MOP sowohl für Allianz als auch für Horde zum Feind wird. Und Varian zu einem charismatischen und weisen Anführer. Oder sowas in der Art. Und okay. Ja gut, da konnte man dann zumindest einiges auch schlussfolgern. Wenn er zum Feind für beide wird. Also das klingt ja dann schon nach, wir raiden den mal. Wenn man Beta anmeldet, mal sehen, ob ich erwählt werde. Ja, könnt ihr machen auf der offiziellen Seite. Einfach Battle.net anmelden, auf Beta klicken und zack. Seid ihr da mit in diesem Pool drin. Bin gespannt mit dem neuen Talentsystem. Und Hammer, Video mal wieder. Dankeschön. Manno, da fahre mich die halben Ferien Teppiche und komme dann nicht mit in den Palast, weil ich gerade was getrunken habe. Oh nein. Oh nein. Aber ist ja auch nicht die letzte Palastrunde. Wer so viele Teppiche macht, der wird bestimmt beim nächsten Mal auch die schnellsten Finger haben. Da bist du ja jetzt geschult. Bist du ja fingerfertig. Barra. Hallöchen. Hat wieder mal Spaß gemacht. Schön streamen und bis bestimmt demnächst wieder, Vito. Ich freue mich. Ich mache es gut. Danke fürs Reinschauen. Aber es muss ja nicht immer Schlag auf Schlag sein. Es kann ja auch mal ein Add-on dazwischen sein, bei dem es um irdische Probleme geht. Was ist so verkehrt daran? Na ja, verkehrt daran ist, dass diese irdischen Probleme in Anbetracht dessen, was wir jetzt wissen, einfach null und nichtig sind. Das würde ich sagen, wenn du es so formulieren möchtest, ist verkehrt daran. Wir wissen jetzt, ich betone das nochmal so, wir wissen jetzt von den Schöpferschöpfern, wir wissen von intergalaktischen Bedrohungen, die übrigens für uns besonders interessant sind, weil alle wollen. Azeroth, ja. Ist ja nicht so, dass wir sagen, lass sie mal gegeneinander. Naja, die kloppen sich untereinander, darum wer zuerst Azeroth bekommt. Ja. Insofern haben wir da keine große Pause. Wir können die Augen verschließen. Ja, aber dann haben wir dieselbe Situation wieder mit Picknick, Decke und großem Schwert, wie eben beschrieben. Zack, steckt das nächste drin. Diesmal nicht Sageras, sondern ein leeren Fürst oder so. Und wir haben gelernt von Verschlingern. Wesen, die alles verschlingen und aus dem Nichts binnen Sekunden durch Risse auftauchen, in Herrscharen, um ganze Zonen dem Erdboden gleich zu machen. Und wir sagen jetzt, ah ja, die Schneegnolle, die Schneegnolle da hinten, ja, die müssen weg. Die müssen jetzt weg. Jo, die Schneegnolle interessieren uns einen Scheiß, wenn die nächste kosmische Bedrohung anklopft. Also, ich mag die Schneegnolle. Und ich mag auch diese Entwicklungen, dass wir auf Azeroth sind und erstmal Drachen, ein bisschen guter alter High Fantasy und so, ja. Aber, denk dran, was wir in Shadowlands gelernt haben. Ganz abgesehen von dem ganzen Bums, den wir auch zuvor schon in Legion und Co. gelernt haben, in den Chroniken, kosmische Mächte, Azeroth und, und, und. Und das können wir jetzt nicht einfach unter den Teppich kehren. Weil, wenn doch, dann haben wir im Grunde schon verloren. Jetzt mal rein aus Spielersicht gesprochen, ja. Dann kommt Magni vorbei und sagt, Freunde, klopft so an, weißt du, äh, Freunde, hallo, Kosmos, ne. Alte Götter, da fliegen schon die 20 Nächsten auf Azeroth zu und ihr macht hier irgendwie Scherben suchen für irgendeine Drachenvase. Ich glaube, es geht los, hallo. Ja, deswegen muss ich das, finde ich, schon irgendwie die Waage halten. Und deswegen meinte ich, völlig okay und auch völlig passend, ja, dass wir jetzt erstmal so eine Art vermeintlichen Rückschritt haben, der ja erstmal wertungstechnisch nur darauf basiert, dass wir die größeren Bedrohungen noch nicht gesehen haben. Meiner Meinung nach sind die da, aber eben nicht auf diese, voll auf die Schnauze Art und Weise, ne. Und deswegen würde ich von deiner Formulierung letztendlich ein bisschen abweichen wollen. Ich würde nicht sagen, dass das dann irgendwie verkehrt ist oder schlimm, ja. Aber vom Feeling her ist es doch wohl total seltsam und letztendlich im großen Ganzen auch kontraproduktiv, wenn man jetzt nur diesen ganzen kosmischen Bums dauerhaft ausblendet. Also das kann es auch nicht sein. Und deswegen finde ich jetzt, ich meine, ihr könnt das immer noch herzlich anders sehen, na. Aber meiner Meinung, meiner Wertung nach wäre es das Sinnigste, dass sich das eben die Waage hält, ja. Und das kann eben passieren, indem wir jetzt wirklich Schneegnolle umhauen und Drachenvasen ausbuddeln, aber dann eben auf diesen Drachenvasen irgendwelche Fragmente sehen, irgendwelche Essenzen spüren und hoppala, plötzlich wurde die Lehre mal wieder erwähnt, ja, die da schon durchsickert und durchaus Interesse an diesen Mächten hat und dem, was wir wieder machen. Oder wir kriegen eben jetzt einen großen Patch, da geht es um die urzeitlichen Proto-Drachen. Wir lernen mehr über die Drachen, wie die entstanden konnten, wie das mit den elementaren Verbindungen ist und, und, und. Und dann aber im nächsten Patch, Boom, das Hochkochen. Ja, auf einmal Galakrond, verdorben von der Lehre und zack, kotzt er alte Götter aus oder was auch immer, ja. Also irgendwie so werden sie es meiner Meinung nach drehen müssen, damit wir nicht einen total seltsamen Cut bekommen. Und das merke ich jetzt schon, dass sich einige damit sehr schwer tun, zu Recht in meinen Augen, weil eine der häufigsten Fragen unter meiner Analyse, und da mache ich vielleicht auch nochmal ein extra Video, war, wie passt denn das jetzt zu dem Cut von Shadowlands, ja. Und ich denke, da wird 9.25 eine Menge, ich sag mal, Aufarbeitung leisten. Und ich denke auch, das Pre-Event wird uns dann ein bisschen weiterhelfen. Und einiges in diese Richtung haben wir heute ja auch nochmal besprochen, hier im Stream. Aber das sind eben die Wahrnehmungen von vielen Spielern, die, denke ich, nicht von ungefähr kommen und die auch auf genau diesem Problem basieren, ja. Was eben für manch einen gar nicht so ein Problem ist, nehme ich an. Wenn man sich denkt, ah, dieses ganze Kosmosgelöne, es gefällt mir nicht und das kann ruhig wegbleiben. Ja, aber das kann es eben nicht. Das geht damit eben nicht, ja. Ja, und daran wird man sich gewöhnen müssen. Neuer Raid, Galakrond, nicht als Boss, sondern der ganze Drache als Multiboss-Raid, mit Panzerplatten auf dem Rücken abschlagen beim Fliegen, so Todesschwinges Rückgrat 2.0 und wir kämpfen dann die ganze Zeit auf ihm, in ihm. Und, ja, das wäre eine sehr interessante Möglichkeit, um wirklich die ursprüngliche Größe dieses titanischen Monsters darstellen zu können, ja. Übrigens gefährliche Formulierung, Galakrond hat mit den Titanen nicht viel zu tun, muss man in WoW mal aufpossen, ne. Bisschen aufpossen, Freunde. Das war jetzt nur auf die Größe bezogen. Hast du den Tweet von Steve, der Newser, gesehen? Der Behüter im Trailer hat den Namen Koranos. Ich glaube, ich habe es vorhin anders gesagt, ne. Jetzt habe ich gesagt, Karanos, das war wieder was anderes, ja. Da haben wir schon ein paar weitere Infos bekommen, ne. Dankeschön. Sham Sham, 20 Monate und die Samurai-Schnecke mit Vieren hinterher. Vielen Dank. Dankeschön. So, Leute, hat wer einen Gürtel bekommen? Ah! In dem Moment. Velkon, wenn du den nicht brauchst, ne. Wenn du den nicht brauchst, ich würde ihn nehmen. Da ist er ja, Verhold. Ihn Ehrenmann. Sehr, sehr fresh. Oh, ne acht uns. Oh, Vortex, wir beide. Vortex, wir beide, ne. Wir rollen gleich nochmal. Pass auf. Das ist auch der Kampf der Titanen jetzt. So sieht das nämlich aus. Muss man zwingend Schneider sein, um es zu reiten? Ich denke ja. Ich denke ja. Na, wir rollen nochmal, oder? Fairplay. Fairplay. Pass auf, Velkon. Ich danke dir auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, der Fairness halber. Ah, ne, Vortex. Oh, okay. Vortex sagt, nimm. Okay. Der Fairness halber sagt, Vortex einfach nimm. Dann nehme ich den natürlich. Ich bin sogar gestorben für diese Ehre. Ja, geil, Leute. Ketten-Set ist damit voll. Ich danke euch. Vielen Dank, vielen Dank. Sehr nice. Jetzt waren alle so aufgeregt, dass wir direkt mal ein paar Kernmechaniken verkackt haben. Freunde, ihr seht, dass wir sterben bereits beim Trash. Folgendes. Und das kommt auch im nächsten Bosskampf. Diese kleinen Oktopusse hinterlassen blaue Flächen auf dem Boden. Geht da eine hoch, ohne dass ein Spieler drin steht, werden wir alle sterben. Achtet also bitte immer minutiös darauf, dass wir diese Flächen soaken. Ja, dass immer jemand drin steht. Das wird uns den ganzen Kampf über verfolgen. Bei ungefähr 40% Leben verpisst sich der Boss. Wir müssen ihm dann hinterher. Und er fängt dann an, etwas zu casten an seiner neuen Position. Kickt diesen Zauber bitte erst, wenn er kurz davor ist, abgeschlossen zu werden. Und dann zimmern wir ihn aus dem Leben. Aber das mit diesen Pfützen muss laufen. Ja, am besten Tanks oder Leute mit fetten Dev-CDs immer soaken. Und dann sollte das eigentlich ganz gut in den Griff zu kriegen sein. Zumindest besser als gerade, weil unsere Heiler schwitzen da sonst Blut und Kacke. Das wollen wir echt vermeiden, Mann. Das riecht auch unter Wasser echt bescheiden. Und ja, für die Teppiche muss man meines Wissens nach Schneider sein. Ja, zumindest den Beruf gelernt haben. Ansonsten dürftest du diese Berufsmounts eigentlich nicht nutzen und oder im Vorfeld erlernen dürfen. Kann sein, dass sich da was verändert hat, aber dann erst vor kurzem, wie es scheint. Zum Schwert habe ich auch eine Theorie. Arzeroth hat sich dran gewöhnt und trägt es jetzt wie ein Piercing. Das wäre auch schön. Weigert sich dann. Hat jetzt so eine Teenie-Trotz-Phase. Lass das drin. Ich bin so individuell und cool damit, Mann. Mag nie. Wenn du das Schwert rausziehst, dann fange ich mit Rauchen an. So ein Ding ist das. Eine Frage in die Runde. Ich habe vor einiger Zeit Classic und TBC gedaddelt. Und meine WoW-Kenntnisse beschränken sich auf das, was ich vor einem Jahrzehnt angeeignet habe. Ich habe nach Legion nichts mehr mit WoW zu tun. Lohnt es sich, Retail anzufangen? Geht das überhaupt, wenn ich mir Shadowlands hole? Oder habe ich uneinholbare Nachteile gegenüber allen anderen? Nein. Nein, nein. Also das ja sowieso nicht. Es sei denn, du machst diese Nachteile, ich sag mal, zu einem Problem. Weil das sind ja jetzt keine Nachteile im Sinne von, du musst Legion gespielt haben und jetzt in Shadowlands irgendwie equipt zu kriegen. Was dir natürlich dann fehlt, sind so Reittiere, Haustiere, Erfolge, Titel, T-Mock-Sets und so weiter. Und das ist, wie gesagt, nur ein Problem, wenn du es persönlich dazu machst. Und dann kannst du es ja auch lösen, weil du kannst den Bums ja nachfarmen. Davon aber abgesehen von dem, was quasi vergangen ist in Shadowlands, sind wir ja jetzt im letzten Patch. Das heißt, auch die Aufruhrmechaniken könnten besser nicht sein. Du kannst dich jetzt in die neue Zone begeben und hast dort einfach einen Händler stehen. Und dieser Händler deckt dich ein, wenn du Anima ausgibst. Anima ist die Ressource, die du für jeden Scheiß bekommst. Für einen Bosskill, für eine Weltquest, für eine Daily, von einem Rare Mob aus einer Kiste oder wo auch immer. Und da kannst du allein schon für Anima dein komplettes Equipment auf Item-Level 226 bringen. Und damit kannst du dann schon wieder die ersten Mythisch-Stungeons machen. Kannst dich für den Raid-Browser hier, für die Schlachtzüge und so weiter anmelden und, und, und. Bist dann also direkt mittendrin statt nur dabei. Und das ist in vielen Bereichen so, ja. Die verschiedensten Features, die in Shadowlands wichtig waren, wie zum Beispiel auch die Legendary-Herstellung und, und, und. Und also überall gibt es wirklich Aufholmechaniken, für die man natürlich auch spielen und Zeit investieren muss. Aber das macht man ja nun mal, wenn man Bock hat zu spielen, ne. Deswegen kann ich eigentlich nur sagen, wenn du Lust hast, dann ist das, ja, immer ein guter Zeitpunkt, wenn man Bock hat. Aber rein von den Mechaniken her, auch als Neuanfänger oder Wiedereinsteiger, ist es momentan deutlich gnädiger als auch noch vor einigen Monaten. Um nicht zu sagen Jahren, darum definitiv Attacke, ja. Ja, du wirst mit Sicherheit erschlagen sein von dem, was sich dann so offenbart, ne. Von dem, was so zu tun ist und was neu ist und, und, und. Aber auch das kann ja was Tolles sein. Ich meine, das splittet sich die Spielerschaft auch so ein bisschen, ne. Bei mir war es schon immer so, auch wenn ich an meine ersten Schritte damals in TBC denke. Ich habe so Sturmwind betreten, habe Leute sitzen sehen, irgendwie auf Spektraltigern und Phönixen und mit Full T6 und so. Und wusste, boah, krass, das will ich alles irgendwann haben, ja. Und manche Freunde waren dann eher so, boah, so viel, ey, schaffe ich eh nicht. Und mich hat das motiviert, ich wollte das alles lernen. Und andere hat das demotiviert, ne. Und da muss man dann natürlich selber wissen, wie man sich da einordnet. Aber letztendlich kann es auch etwas Wunderbares sein, nach all den Jahren von WoW noch erschlagen zu werden. Habe ich auch gedacht, bei den neuen Talentbäumen, ne. Das ist so die einfachste Möglichkeit, einfach das reinzubringen, ja. Damit sich auch alte Spieler wieder wie Kacknoobs fühlen, so. Und darum würde ich das als schöne Herausforderung sehen und kann das voll empfehlen, ja. Absolut. Craft, um jetzt die anderen kosmischen Mächte aufzumischen, bedarf es erstmal einer Konfrontation. Wir sind ja nicht in der Lage zu sagen, so, und jetzt zerlegen wir die Anführer des Lichts und bewegen unsere Ärsche in deren Zerret. Das ist wahr. Das ist wahr. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie irgendwie durchsickern werden, ne. Weil auch die werden ja nicht auf uns warten, so. Ist ja jetzt kein Wettrüsten oder sowas, ne. Wo wir dann die Füße stehen halten und immer so ein bisschen gucken. Ne, wir wissen ja nicht mal, was die machen, ne. Vielleicht wurde eine der kosmischen Mächte auch schon ausgelöscht in der Zwischenzahl. Wir wissen es nicht. Scheiß auf das Gleichgewicht, ne. Und da ist es dann eben an Blizzard uns ein paar Infos zu geben, auf welche Art und Weise auch immer, ja. Alshair mit neun Monaten. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Wir sind jetzt, Freunde, beim asozialsten Boss in diesem Raid. Der Hofstaat. Folgendermaßen sieht das aus. Wir haben zwei Bosse. Ganz wichtig jetzt. Diese Bosse dürfen nicht zusammenstehen und die müssen gleichzeitig sterben. Wir haben links einen Nahkampfboss und rechts einen Rangeboss. Ein Tank kümmert sich bitte um den linken und zwei Tanks bitte um den rechten Boss. Das hat den Hintergrund, dass die Rechte, ist ne Bössin, ist ne Nagerhexe, dass die Debuffs verteilt. Und ihr dürft keine 10 Stacks bekommen. Spottet also bitte immer entsprechend hin und her. Außerdem kriegen wir Debuffs. Diese Debuffs aktivieren diese Banner. Da kriegen die so eine Void Zone drumherum. Die wandern immer nach und nach. Erst ist irgendwie das hier. Dann das da vorne links. Dann das da vorne rechts. Und, und, und. Versucht möglichst ein Gefühl für diese Banner zu bekommen. Und versucht euch immer so zu stellen, dass egal welches gleich aktiv wird, ne. der Reihe nach, dass ihr nicht in diesem Kreis landet, der dann um das Banner projiziert wird. Der macht nämlich Schaden unverstärkt den Debuff. Und der Debuff kann sowas sein wie, ihr werdet zum Schweigen gebracht, wenn ihr zweimal hintereinander dieselbe Fähigkeit benutzt. Oder ihr sterbt, wenn ihr zusammensteht. Das wollt ihr nicht verstärkt haben, dann sterbt ihr nämlich noch schneller. Der wichtigste Debuff kommt in der zweiten Bossphase, der nennt sich Aufgeschobenes Urteil. Das ist so ein blau blitzender Debuff. Und der sorgt für folgendes. Wenn ihr stehen bleibt, stackt der hoch. Bewegt ihr euch, baut ihr den ab. Umso höher der stackt, umso mehr Schaden macht die nächste Bewegung. Hebt da also bitte den ein oder anderen Dev-CD auf und bewegt euch sehr versiert. Zwei, drei Stacks, resetten. Zwei, drei Stacks, resetten. Ansonsten können auch die besten Heiler euch da nicht mehr retten. Da ein bisschen aufpassen. Ansonsten denke ich, unsere Tanks scheinen bereit zu sein. Jawohl, dann können wir loslegen und schauen uns den ganzen Bums mal an hier. Jawohl, jawohl. Ist Galakrond eigentlich realistisch, so als Raid-Boss? Ich meine, Todesschwinge war schon riesig als Boss. Und dann über drei Fights hinweg. Was soll uns da bei Galakrond blühen? Genau das wird wohl eine designtechnische Herausforderung sein. Könnte ich mir vorstellen, wie eben vorgeschlagen, dass wir ihn eben als ganzen Raid bringen, dann auf Galakrond oder so. Wäre extrem krank. Und wir schießen ihm dann mit einer Kanone ein Loch in den Bauch und gehen dann da über den Rücken rein und bekämpfen da auch irgendwelche verdorbenen Blutbosse oder so ein Bums. So ähnlich wie in der Drachenseele in diesen leeren Mäulern, die sich da aufgetan haben. Oder wir bekämpfen ihn eben nicht, sondern wir kriegen so ein Raid in der Drachenöde, wo wir verhindern, dass sie ihn eben wiederbeleben oder sich an ihm ermächtigen wollen oder so. Und bekommen dann nur so eine Art Avatar oder sowas. Könnte zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein. Freunde daran denken, wir haben sehr, sehr guten Schaden, aber auch schön gucken, dass wir den richtig verteilen. Wie gesagt, die Bosse müssen gleichzeitig sterben. Das ist kein Joke. Also möglichst gucken, dass wir da auch immer schön rumswitchen. Ja, Ranges wie auch Milis. Auch wenn es nervt, da kommen wir leider nicht drum herum. Sah eher aus wie bei den Worgen, dass man im Kampf immer in Drachengestalt ist. Das ist auch eine interessante Möglichkeit, dass man In-Fight quasi immer reinswitcht. Kann auch sein. Da könnten sie sich natürlich an diesem System auch bedienen. Ja, jetzt die Drakteur betreffen. Neko, Hallöchen. Grüße. Cool wäre, wenn man die Form von der neuen Rasse auswählen kann. Also nicht so wie bei den Worgen, dass sie sich instant im Fight verwandeln. Ja, und da sind wir jetzt. Gut getimterweise wieder bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen Spielervorstellungen und auch Wünschen. Also mal gucken, wie sie das alles unter einen Hut kriegen. Oder eben auch nicht. Und man weiß auch schon aus der einen Interviewgeschichte, dass Khadgar, Fuhorion und Tyrande wichtige Charaktere sein werden. Wie lange hänge ich denn im Chat hinterher schon wieder, Leute? Das haben wir ja alles schon besprochen, ne? Damn. Sehr sauberer Kill, Leute. Wahnsinn. Musst mal gerade gucken, dass ich wieder ein bisschen up to date bin, ne? Sonst bin ich jetzt bei genau den Posts von euch, die wir gerade schon besprochen haben. Ich mach's vermutlich so, um ich scroll den Chat einfach immer weiter zurück. Na, sind wir gleich wieder bei Hallöchen. Willkommen zum Stream. Ah, mein Timing, ne? Mein Timing, Freunde. Ihr macht euch keine Begriffe. Wie viele und welche T-Mock-Runs machst du noch? Das ist immer stark abhängig davon, wie gut wir durchkommen. Und da wir heute sehr gut durchkommen, vermutlich noch eine Runde ewiger Palast auf Müdisch gleich. Gut, wir kommen nach einem hervorragenden Kill zu unserem letzten Boss, zum guten Sakul. Da müssen wir immer unsere Daumen drücken für die Plattenträger. Moin, ja, schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Da sind wir wieder, ne? Junge, Junge. Ja, kann manchmal verwirrend sein, ne? Da crasht auch mein Gehirn kurz, wenn ich irgendwie länger an einer wunderbaren Frage oder einem Thema von euch hänge. Und dann bequatschen wir aufgrund dieses Themas gleich so noch 20 Unterthemen. Und dann scrolle ich so weiter und dann werden 10 Minuten später, mal ich so hinterherhänge, genau diese Themen erst nochmal besprochen, ne? Und, ja, dann ist einmal komplett, kommt so ein Windows-Sound und dann muss ich erstmal neu starten, ne? Führt dann auch kein Weg dran vorbei. Ach man, aber völlig richtig. Lieber noch zweimal richtig sagen, als einmal falsch, ne? So ein Ding ist das nämlich, Freunde. Ja, Sakul kann diese großartigen Plattenschultern droppen, die er auch selber trägt, ne? Die sind natürlich sehr, sehr begehrt. Und das völlig zu Recht. Hört sich easy an, danke. Aber wie soll ich das machen ohne Max-Helden? Ja gut, ein bisschen leveln musst du natürlich schon, aber auch das dauert jetzt nicht ewig, ne? Also da ist ja Shadowlands auch ganz, ganz anders als TBC und Co. Und da wirst du, denke ich, mit die kleinste Hürde haben, das Leveln an sich betreffend. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben, von wegen, äh, nach Zowa-ETC jetzt paar Drachen helfen. Also ich finde ja, wo die Drachen-Aspekte und deren fucking Insel kommen, dürfte eigentlich auch der Sitz des Pantheons nicht weit sein. Ich meine, die wurden ja immerhin von denen ermächtigt. Ja, aber auch über die Wächter, ne? Also so eine Ermächtigung, und das kennen wir ja auch vom Licht, muss ja nicht immer damit zu tun haben, dass jetzt der Naru direkt neben dir steht. Also klar, ganz solides Gegenbeispiel wäre dann Indika, ja, wäre dann die Windika mit Illidan und Xerra. Ja, aber das muss nicht unbedingt zusammenhängen. Ich meine, klar, Titanen-Wächter, ja, ganz eindeutige Strukturen und Drachen-Aspekte, Ordnung und Sicherheit für die Welten und so, ne? Da hast du schon nicht Unrecht, aber das muss nicht bedeuten, dass sie jetzt auch tatsächlich wieder eine Rolle spielen. Kann aber ein Indikator sein. Definitiv. Maybe docken die dann an mit ihrem Sitz oben an dieser Spitze, ne? Müssen da erstmal auftanken. Ja, so ein Ding ist das. Warum sollte es sofort mit den kosmischen Sachen weitergehen? Das Schwert ist ja auch seit zwei Addons egal. Ja, aber das Schwert haben wir ja entschärft. Also die kosmischen Mächte, wenn so ein leeren Fürst unsere Welt entdeckt und sich in unserer Realität manifestieren kann, dann ist einfach Game Over. Na, dann ist der Bildschirm schwarz und Feierabend und das Schwert, da bin ich ganz bei euch, ist nach wie vor ne Gefahr. Aber erinnert euch, ans Ende von Legion, da haben wir unsere Artefakt-Waffen geopfert und deren Macht, um erstmal das Schlimmste zu verhindern. In ganz fucking BFA haben wir mit Magni und der Mutter in der Herzkammer daran gearbeitet, irgendwie diesen Schaden vom Schwert zu begrenzen. Also im Grunde sind die Mühen von zwei Addons in die Heilung dieser Schwertwunde geflossen. Und das ist ja schon nochmal was anderes als, naja, Licht und Leere, tschüss, haben wir jetzt nicht mehr so Bock drauf. Das würde ich schon ein bisschen anders werten, was das betrifft. Und ja, die Gefahr von dem Schwert, die ist ein bisschen präsenter, das ist völlig klar, aber Kosmosmächte lauern eben auch hinter jeder Ecke. Mal auffälliger und mal unauffälliger. Das ist das Problem, wenn man die Lore noch halbwegs seriös fortsetzen will, wird man den bisherigen Stand des Powercreeps auch nicht mehr einfach so los. Aber man kann ihn noch bremsen und verhindern, dass es noch mehr eskaliert. Genau, was Karades eben anspricht. Ja, da müssen diese beiden, ich sag jetzt einfach mal extremen Gruppen, ja, nämlich die, die den Kosmos befeuern wollen und die, die keinen Bock mehr drauf haben, müssen da ja irgendwie in der Mitte zusammengebracht werden. Ja, und das kann eben so funktionieren, wie wir es gerade besprochen haben, ne, dass wir Gnolle umhauen und dass wir irgendwelche Drachenartefakte ausbuddeln, aber dann stellen wir fest, da sind irgendwie Augen drauf. Ja, und der eine Gnoll, der wirkt plötzlich Gedankenschlag und der wirkt Schattengeschoss und dann wissen wir wieder, ah ja, so weg ist das noch nicht, ne. Und deswegen hatten wir ja gerade auch so krasse Formulierungen genommen, wie das geht, in die Fresse und direkt und hochkochen und bam, ne, um das natürlich noch ein bisschen zu vereinfachen, ne. Ja, im Gesamtkontext, aber völlig wegzudenken ist es eben nicht. Ja, das ist so das Fazit letztendlich. War doch fast mit MOP nicht anders. Neue Story, Kontinent, der lange Zeit verhüllt war, ist wieder da, neue Rasse, Klasse für beide Fraktionen und erst kein richtiger Endgegner, ne. Also MOP, ja, mein Beispiel ist dann immer BFA, was das angeht, aber klar, auch in MOP, ne, war das ganz ähnlich. Das stimmt wohl. Leute, war ein fantastischer Run, können wir gleich gerne ein bisschen Thema gucken. Ich versuche nur noch ein bisschen aufzuholen bei euren schönen Ideen, ne. Und auch wenn ich mal nicht so begeistert bin von irgendeiner Idee eurerseits, ne, dann ist sie nicht gleich schlecht oder so. Mir kann ja auch nicht immer alles gefallen, ne. Wir wissen nicht, was kommt. So, ihr könnt auch völlig recht haben, ne. Ich schlussfolgere das aufgrund der Lore und aufgrund meiner Game-Erfahrung, aber das kann auch jedes Mal ganz fürchterlich nach hinten losgehen, ne. Deswegen, wenn ihr da gerade Bock auf so eine Idee habt und ich oder wir sagen, ja, finde ich jetzt nicht so nice, fühle ich nicht so, dann könnt ihr da trotzdem natürlich super gern dran festhalten, ne. Das ist ja alles nicht ausgeschlossen. Theoretisch haben wir aber in jedem Add-on in den Questgebieten auch erstmal einen Rückschritt. Ich meine, der Held, der dem Schlachtzug angehört hat, der die obersten Dämonen der brennenden Legion und sogar einen Titan besiegt hat, wird im nächsten Add-on von einer Gruppe gewöhnlicher Piraten bezwungen. Das ist absolut richtig, ne. Das war ein bisschen erklärbar. Ja, fühlt sich trotzdem seltsam an, aber über diese geliehenen Kräfte, ne, Artefakte, die wir zurückgeben und, und, und. Aber dennoch, diese 10 Schweine, die wir dann immer töten müssen, ne, ist erstmal ein bisschen seltsam. Da bin ich ganz bei dir. Mesa, 11 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Warum verbindest du Galakrond direkt mit der Leere? Könnte auch eine gute Verbindung zum Tod sein. Definitiv, aufgrund dieser Auskotzen-Zombie-Mechanik, ne. Wenn man es so nennen will. Aber ich erinnere mich, wie im Buch beschrieben wurde, dass ihm zusätzliche Gliedmaßen und ich meine auch Augen wuchsen. Und das ist eigentlich der alte Götter-Trigger schlechthin, ja. Ja, und wenn die Protodrachen aus dem Elementaren entsprungen sind, dann vielleicht auch so ein Stück weit mit der Erde zusammenhängen. Dann wissen wir ja auch wieder, wer dann in der Erde verwurzelt war und nicht und, also da kann man, glaube ich, auch Zusammenhänge herstellen, aber muss auch nicht sein. Ja, das kann natürlich auch mit dem Tod zu tun haben. Haben wir ja sogar lange so gelenkt, weil wir wollten, dass wir Galakrond auf einmal im Schluntern haben als Schoßtier des Kerkermeisters, ne. Das kam alles nicht so, aber irgendwie zusätzliche Körperteile, mies entstellte Kreaturen und zusätzliche Augen, also mehr Leere geht ja eigentlich fast gar nicht, ne. Und dass der gute Entsorce zum Beispiel gerne mit Drachen experimentierte, das wissen wir auch sehr genau. Insofern halte ich das durchaus für sehr wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich, aber nicht garantiert, ne. Absolut nicht. Datum haben wir nicht, nein. Wann das Addon kommt, ist in der Tat nicht bekannt. Gestern war die große Ankündigung, gestern gingen dann auch die Infoseiten und so live, aber ein Datum oder sowas, das haben wir tatsächlich noch nicht. Gut, liebe Leute, das zum Thema Möglichkeiten, das zum Thema, was alles kommen könnte oder eben auch nicht. Und dann gucken wir uns jetzt nach diesem fabelhaften und sauberen Run erstmal an, was unsere tapferen Mitstreiter hier so schönes gebastelt haben. Akihara, Zoe, Hallöchen. Grüße, Grüße. Okay, Freunde, was haben wir denn? Wir haben erstmal mein Blitzschlagschild, das muss weg. Wir haben Rekla in einem stark reduzierten Demon Hunter Set, was ich hier ganz nice finde ist, wir haben zwar die Essenz des THs dabei, ja, aber nicht full Teufelsfeuer. Nicht einfach full Legion Set, ja, sondern ein bisschen was Eigenes, mehr ins Graubraune und vor allem Rötliche, ja, über diese roten Tätowierungen und diese wunderbaren Lichtschwerter hier, die wir ja in Cerrit Mortis in verschiedenen Farben gedroppt bekommen können. Da haben wir eine sehr, sehr wunderbare aufgebrochene Setgestaltung und die gefällt mir sehr, sehr gut, zumal sie auch das generelle Schema des Dämonenjägers jetzt nicht wirklich unterdrückt. Da erkennen wir allein über Hörnchen und Augen immer noch die Grundessenz und ich finde es immer schön, wenn Demon Hunter ohne dieses volle grüne Geleuchte eben auskommt, ja, und das ist hier definitiv der Fall. Wir haben außerdem Ashari mit denselben Schwertern sogar, damn, hast du eben schnell rübergeworfen, ne, zack, da sind sie, als ebenfalls Demon Hunter mit im Grunde demselben Thema, nur mit etwas weniger Haut, ja. Wir haben auch hier viele dunkle Töne, wir haben viele Teile auch von einem Shorken Set aus Legion, ja, oben diese Nebel, die da wabern und auch dieser kleine Totenschädel im Gürtel. Das ist dann abgerundet mit ein bisschen Zeug aus BFA, wenn ich mich nicht irre, ja, diese ganz dunkle Lederbrust, die auch eher zu der Augenbinde passt als zu den Schultern, dann die massiven Hörner, die weißen Haare und auch hier diese leuchtenden Schwerter, ja, noch schön mit einer Illusion aus den Shadowlands von unseren Venture-Freunden eben aufgehübscht. Das funktioniert eben auch einwandfrei. Ich finde es sehr cool, und das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr bei etwas zierlicheren Modellen, ja, ich finde es sehr, sehr cool, dass es nicht so überladen wirkt. Also, es sind schon fette Teile bei den Handschuhen, bei den Stiefeln und gerade bei weiblichen Blutelfen besteht dann so ein bisschen die Gefahr, dass in den Stiefeln noch Platz ist für drei weitere Elfen, weil die eben nicht so fette Stampfer haben, ja. Da gibt es Stiefel zum Beispiel aus WOD, wenn du die als Blutelfen-Kriegerin mockst, dann hängst du da drin wie so ein Schluck Wasser, ja, und hier ist genau der perfekte Mittelweg getroffen worden, weil es wirkt sehr fett, ja, aber hängt da eben nicht drin, sondern füllt das Ganze hervorragend aus und das ist natürlich auch eine coole Sache, nice. Wir haben Waltonas als Tauren, ey, und zwar mit einer Menge, Menge zerritten Mortis, jawohl, nur der Gürtel ist ein bisschen was anderes, ne, der wirkt etwas älter und am Tauren auch etwas verzerrt. Ansonsten sehr viel aus den neuen Bereichen, sowohl vom T-Set als auch von den Mittlern generell und dazu noch, passend auch, zum Grün und Blau, das Murloc-Baby auf dem Rücken, kleine niedliche Komponente, ja, passt natürlich auch zum Dudu, ne, mit diesen Felsen, Hellansätzen hier überall, kurz mal den Zopf hier von Opa und Oma noch an die Hüfte gebunden, ne, als sie in der Katzenform ihr Ende fanden, Träne wegwisch, aber sie sind immer bei dir, das muss dieser Ahnenkult sein, von dem wir immer viel hören bei den Tauren, ne, und da sehen wir, dass auch die neuen Teile sich durchaus schön kombinieren lassen, was man als Tauren dann immer beachten muss bei so dicken Schultern, die Hörner nicht zu lang wählen, ne, sonst hast du da 24-7 überschneidendes Clipping und das willst du natürlich gern vermeiden, nice. Wir haben, oh, Garrick, wow, das ist cool, das ist cool, weil wir haben hier einiges von den Venture aus Shadowlands, ja, zum Beispiel diesen Helm, der eben sehr an eine Fledermaus erinnert und er hat einfach ein Fledermaus-Pad, die Blutschwinge, und das deckt sich ja komplett, hat der sogar so einen grauen Kopf da, mega, mega cool. Dazu verschiedene Teile eben von den Venture kombiniert, das ist nicht nur dieses Kettenset, das ist auch ein bisschen was aus Cortia, ja, es sind auch ein paar ältere Teile, wenn ich die Schultern hier sehe, was ist das, Votica, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen her, und auch das Schwert an sich, ist das der Kriegstreiber, hieß das Teil so? Das sah auch sehr geil, der Kriegstreiber, yo, sehr ikonische alte Waffe, mit der Albtraumillusion dürfte das sein, von Xavius, ne, wirklich cooles Set, gerade auch für den Überlebensjäger mit der Fledermaus noch dazu, mega cool. Der Helm fehlt mir, das müsste einfach der Helm von der Kampagne sein, oder? Das dürfte die Kampagnenrüstung sein, also wenn du da einen Kettenträger bei den Venture hast, und den da durchballerst, dann muss es den eigentlich geben, oder? Wenn nicht, liebe Kettenträger, helft uns gerne aus, gern vor Ort, hi. Wir haben, oh, die Hundrie am Start, in einem sehr, sehr lichtintensiven Set, sehr interessante Kombo, hör mal, wir haben natürlich hier, eine fette Skin-Variante von unserem Legion-Artefakt des Priesters, sehr, sehr cool, wir haben hinten außerdem so einen goldenen Umhang aus Torgast, aus dem Adamant-Gewölbe, wir haben außerdem diesen neuen Bananen-Hörnchen-Helm vom Hexer-T-Set, aus dem aktuellen Raid, und ein paar Teile, die, glaube ich, aus Legion auch noch stammen, oder? Ist das noch Argus, oder ist das schon irgendein Challenge-Mode hier, die Schulter, also farblich, wunderbare Kombi, ja, Licht und Dunkelheit hervorragend gegeneinander ausgespielt, wir haben so ein paar kleinere Abzüge, wenn wir minutiös drauf achten, ja, dann ist der Helm ein bisschen anders vom Kontrast her, als Brust und Schultern, aber das ist eben nur, wenn man richtig genau hinguckt, ne, ansonsten wirklich geile Kombi, auch diese leichten, wabernden Essenzen, ne, in den Augen, in den Hörnchen, in der Waffe, cool, richtig, richtig schönes Set, aber man muss natürlich Fan von Bananen sein, das ist klar, sag ich als Ostdeutscher. Wir haben Ideas am Start, mit dem gestirnten Traumfohlen, Junge, das Mini-Hörnchen, und Ideas hat ein sehr traditionelles Dudu-Set, würde ich mal meinen, jawohl. Labereule, hi, du bist ein sehr traditioneller Druide mit so einem coolen Stab, hier schaut mal, kannst du den genau gerade mal ziehen, die kamen rein mit der Cutter-Überarbeitung. Mit der Cutter-Überarbeitung, da gibt es die bei verschiedenen Quests rein, zum Beispiel in den Pestländern, finde ich mega geil, ja, so ein Stecken mit einem Totenschädel, durch den bohrt sich so eine Rose, und die lässt ihre Blätter fallen, also an sich schon eine Waffe, übertrieben nice, ja. Respa, mach's gut, danke fürs Reinschauen. Das dann kombiniert mit wirklich ganz stinknormalen Lederteilen, die Robe dürfte aus Votika sein, ja, der Gürtel aus BFA, die Schultern aus Legion, hier sehen wir diese Runen aus Sturmheim, alles so ein bisschen bräunlich gehalten, ein paar Runen eben mit drin, ein bisschen grün dazu, also die typischen Druidenfarben, ja, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, ist auch so ein bisschen zurück zur Basis, ne, weniger leuchtende Eulen auf den Schultern und so, und schön der Toll-Doktor von nebenan ausgezeichnet. Was sagst du zur Ankündigung? Ja, mega, mega nice. Wer generell Fragen hat zum Trailer, ich hab natürlich wie immer eine ausführliche Analyse gemacht, ne, hab auch eine kleine Feature-Zusammenfassung gemacht, also wer da irgendwie noch Fragen im Kopf hat, unterm Stream ist ja auch mein YouTube-Kanal verlinkt, ne, da findet er das alles zwei, drei Klicks, zack, schon hab das auf Nacken einmal gönnen können, und das wär die lange Version, die kurze Version wäre sehr, sehr nice und ultra Bock, ja, das ist so mein Fazit zur Präsentation. Was hast du gesagt? Ich mag es halt schlicht beim T-Mog. Ja, warum auch nicht? Auffällig, unauffällig, sagen wir immer. Manchmal ist weniger eben ein bisschen mehr. Ja, definitiv. Gut, Freunde, vielen Dank für diesen wunderbaren Run, vielen Dank fürs Mitkommen. Das war eine wirklich fabelhafte Runde. Ich glaube, einer der schnellsten und saubersten überhaupt, ne? Holy fuck. Ich sage ja, dass das Scha bald wieder interessant wird im übernächsten Addon. Ja, Scharaj ist zwar tot, aber es wird immer gesagt, ich schlafe nur, denkt an das Herz. Möglich wäre es, dass eines der Schaas noch lebt oder existiert und sich mit dem Überrest vom Gott zum Neuen erhebt. Oh, Kloa hat da gerade mal den Link gefunden. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Da kann man dann im Zweifel zwar auch nochmal reinlunzen, wenn man Bock hat, ne? Einwandfrei. Ja, was Darissa gerade anspricht, sehr spannend. Da habe ich mich ja auch nochmal in diversen kleineren Videos mit beschäftigt, kurz bevor wir dann Richtung Nialothar geschlittert sind. Den End-Raid aus BFA, da hatten wir ja den alten Gott in Sors und der hat immer sowas gesagt wie, alles was schläft, wird erwachen. Ja, und Nialothar, diese Stadt der Schrecken, die war uns immer bekannt als die schlafende Stadt und als sie dann als Raid kam, wurde es Nialothar, die erwachte Stadt. In MOP hatten wir Szenarien. Da kann man solche geschichtsträchtigen Ereignisse nachspielen, wie Hosen greifen eine Insel an. Oder eben wirklich geschichtsträchtige Sachen, wie diesen Attentatsversuch auf Vol'jin, wo Garrosh den aus dem Weg räumen wollte. Oder eben auch die Geschichte rund um die Ausgrabung des Herzens von Yasharaj, was ja dann in der Schlacht um Orgrimma über Garrosh hing und wo er sich mit vollpumpt und immer übernommener wird. Ist das überhaupt eine korrekte Formulierung? Ich wurde immer übernommener. Ja, also der hat sich ja vollgepumpt mit dieser Essenz des alten Gottes und hat im Vorfeld ja das Herz für genau diesen Prozess eben ausgraben lassen. Und während man dieser Ausgrabung beiwohnt, drehen eben schon die verschiedensten Kreaturen durch und ganz am Ende wird auch der leitende Goblin-Ausgräber übernommen und wird zu so einem kleinen Avatar von Yasharaj. Yasharaj war der älteste und größte der alten Götter. Der wurde von Amantul, dem Hochvater des Pantheons, persönlich damals rausgerissen und zerquetscht. Und sein letzter Atemzug, so heißt es, hat das erschaffen, was wir heute noch als Shah kennen. Wer MOP gespielt hat, weiß, die sind auch nicht ohne. Also das war sein letzter Atemzug. Gut, dass wir dem nicht persönlich begegnet sind. Dann gab es noch das Problem, dass da, wo der verwurzelt war, das entstand, was wir als Brunnen der Ewigkeit kennen. Der war so tief mit der Erde verwurzelt, dass da dann dieser Brunnen entstand und pipapo. Darum geht es jetzt aber gar nicht, sondern die letzten Worte, die in diesem MOP-Szenario fallen, von diesem übernommenen Goblin-Ingenieur, waren, ich schlafe nur, von Yasharaj. Und da haben wir damals schon gesagt, na, alles, was schläft, wird erwachen. Nialothar, die erwachte Staaten, Sors versucht doch, Yasharaj wiederzuholen. Ist aber irgendwie nicht passiert. Aber diese Hinweise sind trotzdem da. Und wenn wir eins in der Lore gelernt haben, dann, dass es nicht falsch ist, nur weil es noch nicht passiert ist. Da bedienen sie sich dann gerne noch irgendwie in drei Add-ons oder wie auch immer. Vielleicht auch jetzt, vielleicht ist das genau diese Beziehung zwischen, ich sag mal, ein bisschen Drachengelöt ausbuddeln und kosmischem Krieg, was wir ja heute sowieso hoch und runter bequatscht haben. So sieht's aus. Ich level gerade meinen Monk hoch, damit ich endlich auch mal einen Char habe, das von Temok dir wirklich gut gefallen könnte. Sehr gut, das ist der Einsatz, den wir brauchen, Freunde. Ausgezeichnet. Aber, Hallöchen. Ich möchte übrigens verkünden, dass ich durch den Catalyst nur mein zweites Setteil bekommen habe. Ey, Zoe, läuft. Dein Mindset hat dich gerettet. Ist das nicht toll? Immer wieder schön. Okay, Freunde, ich sehe noch eine Frage gerade von Farbeet und dann gehen wir in eine kurze Pause, ne? Kurz was trinken, Wasser holen, Wasser lassen und dann machen wir weiter mit dem zweiten Run im ewigen Ballast. Eine Frage. Hab zum Shadowlands Release schon mal alle vier Gebiete durchgequestet und nur nach langer Pause wieder einen auf 60 gelevelt. Allerdings habe ich erst zwei Gebiete durchgequestet. Muss ich die anderen jetzt noch zu Ende machen oder kann ich das skippen? Ähm, also mit deinem ersten Char musst du die Kampagne einmal voll durchziehen. Dann kannst du mit allen, die danach kommen, skippen. Entweder gleich ganz am Anfang, sobald du aus dem Schlund kommst, ne? Kriegst du die Auswahl. Oder dann immer in Uribos bei diesem Kartentisch, glaube ich, ne? Wo Bolva und so auch rumstehen. Ich glaube, da konnte man das auch immer nochmal ändern, oder? Bin ich mir gar nicht so sicher. Wo genau? Aber, ja, mit dem ersten Char muss man einmal komplett durch, dass man die Story quasi in der Basis erlebt hat und danach mit allen anderen Chars kannst du die Story quasi skippen beziehungsweise einfach freier durch alle Gebiete durchwuseln, ohne jetzt dem roten Faden folgen zu müssen, oder so. Ja. So sieht's aus. Seit dem Video von gestern denke ich immer, ob Todesschwingel in Katar schon durch die Zerstörung von Azeroth wollte, dass die Dracheninseln zum Vorschein kommen, damit die Woidtypen dahin kommen. Was meinst du dazu? Das ist eine gute Frage. Weil möglich ist es, ne? Wenn ein Sors bei dieser Übernahme von Neltarion, der dann zu Todesschwingel wurde, wenn er dabei auch voll auf seine Gedanken und sein Wissen zugreifen konnte, dann müsste er zumindest davon, ja, etwas geahnt haben, ne? Ob das dann wichtig genug für ihn war. Oder ob er halt dachte, ja gut, es ist eine weitere Insel, ne? Machen wir halt kaputt. So, ob heute oder morgen, scheiß drauf, ne? Das können wir nicht genau sagen, aber theoretisch sollte das denkbar sein. Ja, also nicht nur denkbar, das ist es ja offensichtlich, sondern möglich. Spektakulär mit dem zweiten Monat, vielen Dank. Und Arma mit 14 obendrauf. Dankeschön, Dankeschön. Hinterm Gasthaus wird gesagt, draußen auf der Terrasse vom Gasthaus steht der NPC fürs Skippen. Okay, dann nicht am Tisch, sondern draußen auf der Terrasse vom Gasthaus. Da muss einer stehen. Super, Dankeschön. Danke, danke. Seht ihr, da hätte ich dich jetzt sonst wo hingeschickt. Na gut, ist dann irgendwie drei Meter weiter, hättest du bestimmt auch gefunden. Aber dann ist ja doch besser zu hören, wo es wirklich ist, ne? Bevor wir hier eine große Schnitzeljagd veranstalten, Freunde. Dankeschön für die Korrektur. Vielen Dank. Schönen guten Abend, Wolverine. Hi, mir geht's gut. Es ist wieder schön, bei dir am Stream zu sein. Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen. Ich habe mir die letzten Tage mal GTA RP angeschaut. So interessant es ist, so verstörend ist es an mancher Stelle. Ich freue mich auf das nächste Add-on, vor allem nach diesem Add-on. Das war nicht so meins. Ich habe mir einiges über deinen Amazon-Link gekauft. Mensch, das sind ja nur gute Nachrichten, außer dieser verstörende GTA-Teil. Aber ja, der gehört beim Rollenspiel auch dazu, oder? Ich denke schon. Freunde, bevor wir in die Pause gehen, nochmal drei kurze Infos. Info 1, vielen Dank für diese wunderbaren ersten Runden. Freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Dankeschön. Info Nummer 2, wenn ihr in Shadowlands Twings levelt und mit dem Main die Hauptstory durchgespielt habt, könnt ihr skippen. Das haben wir gerade nochmal gelernt. Wenn ihr zum Beispiel aus dem Schlund kommt oder sogar den Schlund übersprungen habt, dieses Intro, dann kriegt ihr direkt die Auswahl. Ja, wollt ihr die normale Story oder wollt ihr quasi skippen, direkten Pakt wählen und dann so frei leveln und rumfliegen, wie ihr wollt. Und ihr könnt dann auch im weiteren Verlauf, wenn ihr schon mitten in der nochmals gewählten Story seid, könnt ihr das auch immer wieder skippen bei diesem besagten NPC draußen hinterm Gasthaus. Und nochmal die Info Nummer 3, möchte ich gerne nochmal hervorheben, Bücherwurmhai, weil das heute bei einigen recht neu war anscheinend. Ihr könnt in Seret Mortis, in Seret Mortis, auf der rechten Seite, gegenüber vom Gasthaus, wenn man es so nennen will, Anima kaufen. Äh, Quatsch. Fake News. Ihr könnt für Anima dort Battle.net gebundene Items kaufen. Die kosten jeweils 500 Anima und es gibt sie für jeden Rüstungsslot. Da gibt es eine Waffe, da gibt es eine Brust, Schmuck, Ringe, Schuhe, alles. Und da das Zeug nur 500 Anima kostet und Battle.net gebunden ist, könnt ihr da hin, das mit eurem Main kaufen, rennt zum Briefkasten, schickt das zum Twink, Lockt um, benutzt den Bums, zack, Twink auf 226. Ihr seht das auch bei meinem hier immer noch, ne, ich hab auch noch einige Teile davon. Das ist Seret Mortis, in der Zuflucht, gegenüber vom Gastwirt. Wenn ihr bei Bolva steht, dann habt ihr quasi, wenn ihr rausguckt, ne, links den Gastwirt, rechts den Händler. So viele sind da auch nicht. Selbst wenn ihr ohne diese Info da sucht, müsstet ihr eigentlich fündig werden. Gegenüber vom Gastwirt. Jawohl, der guckt da quasi genau, drauf. Das noch mal als kleine Info-Zusammenfassung. Wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Pause, Freunde, zwei, drei Minuten und dann gucken wir, dass wir noch einen schönen Run im ewigen Palast hinbekommen. Das zumindest ist der Plan. Dankeschön für die wunderbare erste Hälfte und bis gleich. Das bedeutet, mir fehlen nur noch die Stoffis, ne? Das heißt, es wird jetzt Zeit für den Hexer, Leute. Mal gucken, ob wir noch so eine ähnlich schöne Runde hinbekommen. Würde mich freuen, wieder ohne Atschara. Ja, Server übergreifen, GS 220 rum und dann einmal Abfahrt. Arthrus, Hallöchen. Was hat denn der Professor gerade gefragt? Schauen, wie ich nach Zeret Mortis komme. Du, das müsste eigentlich gar nicht so schwer sein. Wir können gerne bei Mimcha gerade mal gucken, weil der beste Freund dürfte da euer Questlog sein. Denn wenn ihr den einfach öffnet, dann müsstet ihr hier diese Unterteilung haben. Zum einen diese Ketten der Herrschaft, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, das war quasi die Kampagne von 9.1. Jetzt haben wir 9.2 und das ist eben Cortia und das, äh, Cortia sei ich schon, das ist eben Zeret Mortis und das läuft unter Geheimnisse der Ersten. Und da steht dann eigentlich auch immer in gelber Schrift, wo ihr die nächste Quest bekommt oder wo ihr hin müsst oder, oder, oder. Ich hoffe, das ist jetzt bei den meisten ähnlich, die da gerade Fragen haben, weil dann könnt ihr euch hier dran immer ganz gut orientieren, ja, und dann eben daran entlanghangeln und das, was ganz oben ist, ist auch das Aktuellste. Und das ist schon sinnig, das zumindest im Auge zu behalten, weil da gibt es dann am häufigsten auch diese ganzen Aufholmechaniken, ja. Und natürlich kann es sinnig sein, die Kampagne nach und nach zu spielen, dann hat man einen besseren Storyflow, ne. Aber um diese Händler freizuschalten, muss man auch in der Regel nicht die ganze Kampagne spielen, ne. Deswegen checkt gern das Aktuellste erstmal aus, guckt euch so ein bisschen die Städte an, checkt, was man da kaufen kann, ne. Macht euch so ein bisschen frisch und dann könnt ihr ja auch wieder zurückspringen. Das könnte auch gehen. Falls da jemand Angst um den roten Faden hat oder so, denke, das mit dem Equip ist immer rechtssinnig, ja. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte zum ewigen Palast, jawohl. Wie sieht denn das beim Stoffset aus, Leute? Mein letztes Set, ne? Mein letztes Set aus dem ewigen Palast. Dann fehlen nur noch so ein paar Waffen. Mal gucken. Oh, NHC. Habe ich Schultern tatsächlich? Wow, mythisch nichts. Oh, damn. Am weiblichen Ork? Jo, ich feier's ein bisschen. Wie sehr dieser Kronenteil hier ins Gesicht hängt, gibt dem Ganzen so ein bisschen noch was Geheimnisvolles. Finde ich sehr cool. Wieder diese fließende Animation hier. Okay, ich glaube, damit werde ich ordentlich basteln. Absolut. Kann ich mit, obwohl ich Nasiata nicht freigeschaltet habe? Ja, sollte gehen. Also, wir können eigentlich auch porten, ne. Von daher solltest du dir da keine Sorgen machen müssen. Hey, Craft, endlich bekomme ich mal mit, dass du online bist. Ja, Hallöchen. Habe jetzt die Glocke aktiviert. Bin zum ersten Mal dabei. Folg dir aber schon länger bei YouTube. Was WoW angeht, spiele ich jetzt schon seit 2005. Meinen eigenen Account hatte ich seit 2013. Muss dir ein großes Lob aussprechen. Ich liebe deine Videos, deine Reactions und deine Analysen. Ich lache mir jedes Mal bei manchen Sprüchen, die du reinhaust, den nächsten Muskelkater in den Bauch. Danke dafür. Das freut mich sehr zu hören. Schön, dass du deinen Weg hier auch in den Stream gefunden hast. Herzlich Willkommen und Dankeschön für diese wunderbaren Worte. Wilde Theorie. Ende von 10.0 vom Raid. Wir sind kurz vorm Sterben. Auf einmal, was für ein Ding? Deo, Sex, Makita, Anduin und Sylvie kommen und One-hitten den Boss. Daraufhin dreht Tyrande durch und köpft Sylvie, entführt Anduin, damit er noch eine kosmische Macht in sich hat. Tyrande geht dadurch wieder in den Deal mit Elun ein, wird zu ihrem Avatar und zack, neuer 10.1 Raid und neue Bedrohung. Ein Boss davor ist der besessene Nachtkrieger, der Druide Anduin in Löwenformen. Ja, das und auch der Deo-Sex, ne, klingt auf jeden Fall nach einer sehr wilden Fan-Fiction, aber ich denke nicht, dass wir da in die ernste Analyse gehen sollten. Dennoch, dream bigger. Ja, dream bigger. Ich habe Angst. Große Angst, dass Blizzard auch nur einen Teil davon gehört und oder verstanden hat. Ja, diese Angst ist immer real. Blythe mit wunderbaren drei Monaten. Vielen Dank. Und Tia mit 15 vorneweg. Dankeschön, Dankeschön. Was vermutest du, wodurch unser Steinfreund auf der Insel aktiviert wurde? Das ist eine sehr gute Frage. Möglicherweise einfach dadurch, dass er spürte, dass die Drachen zurückkehren wollen. Das war, glaube ich, auch die Ansage von Alex Straser. Wenn wir zurückkehren wollen, müsst ihr bereit sein, das Ding eben wieder in Angriff zu nehmen. Kann sein, dass es die Erschütterung war vom Schwert in Azeroth von Sageras, ja das Legion-Ende. Kann auch sein, dass es jetzt diese kleine Schockwelle war, die eben mit dem Ende von Zowal einherging, wodurch sich ja auch der Riss dann über der Eiskrone wieder geschlossen hat. Also das können verschiedene Sachen sein. Und das können große weltbeeinflussende Events gewesen sein. Das kann aber auch, wie gesagt, einfach sein. Alex Straser hat Bock zurückzukehren. Hat festgestellt, diese Ansage damals mit, das Zeitalter der Drachen ist vorüber, das Zeitalter der Sterblichen hat begonnen, das ist jetzt nicht so gut gelaufen und darum, zack, müssen wir mal wieder hier, selber die Züge in die Drachenhand nehmen. Insofern bin ich sehr gespannt, ob sie das nochmal aufgreifen. Aber das kann eine ganze Menge sein. Ja, mal mehr, mal weniger groß und mal mehr, mal weniger bedeutsam. Für alle quasi. Gut, Freunde. Organisiert, benutzerdefiniert, Gruppe LOL, L-O-H-L und dann wieder serverübergreifend für die Horde. Hat mein Hexer genug Gier? Ja, oh, ein Glück. Jetzt hatte ich richtig Schiss, dass ich die ganze Zeit erzähle von dem tollen Zeret-Nortis-Gier und dem easy-nachequippen der Twings und dann hätte ich den vergessen oder so. Aber nein, alles ist gut. Alles ist gut. Damn. Weiß man eigentlich, warum genau Furoreion nach den Dracheninseln gesucht hat? Gibt es was Bestimmtes, was er dort finden will? Oder hat er nur Just for Fun danach gesucht? Ja, Just for Fun vermutlich nicht, aber wie wir ihn kennen, hat er da gesucht nach Macht und Geheimnissen, nach Möglichkeiten auch damals, ja, irgendwie dem Einfluss der alten Götter zu widerstehen und, und, und. Da gipfelten ja auch die ganzen Bemühungen dann in diesem Umhang und diesen Szenarien, wo wir uns abhärteten, wo wir trainierten Woche für Woche. Und das hing, denke ich, einfach damit zusammen. Aber nur für die Lulz glaube ich nicht, dass Furoreion jemand wäre, der deswegen aufbricht. Ich habe gestern auch ein schönes Pokémon-Fangame gesehen. Das ist im Grunde feuerrot, aber alle Pokémon sind mit Bidiza gekreuzt und im Englischen enden sie alle auf doof. Meta-doof, ach schön. Ja, das ist die Zukunft, die wir verdient haben. Ob wir die wollen, ist eine ganz andere Geschichte, ne? Keine Ahnung, ob die Frage schon kam, aber kannst du sagen, wer was genau im Cinematic die Maschine abgeschaltet hat, damit die Inseln verborgen werden und wer was ist erwacht, um sie wieder zu starten? Die Größenverhältnisse sind total unterschiedlich. Am Anfang nur die Hand, der Typ später ist gerade mal so groß wie die Maschine. Ja, also das scheinen ganz stinknormale Wächterkonstrukte gewesen zu sein, die wir von gefühlt überall kennen, ja? Von überall und doch nirgends, könnte man sagen. Wir brauchen noch Tanks, liebe Leute. Ohne die wird es ein bisschen dünn bei einigen Bossen. Und die haben mittlerweile auch Namen, ja? Auf Twitter hatten die Entwickler so eine kleine Frage-Antwort-Runde und da wurde das geklärt, aber da kam jetzt auch nicht die Info raus. Ja, da wurden jetzt keine weiteren Details irgendwie aufgeworfen, die tatsächlich spannende neue Gedanken ermöglichen. Das war hier mal ein Name, das war hier mal ein kleiner Bezug, da wurde auch geklärt, dass das ganz oben nicht Tür ist, was einige sich irgendwie zurechtgereimt hatten und, und, und. Was ja auch gar nicht so abstrakt war, sitzt da und dem fehlten Arm, also konnte man verstehen auch diese Schlussfolgerungen. Sowas wurde da nochmal besprochen, aber ansonsten haben wir da keine weiteren Infos zu, ja? Aber dass die Maschine runtergefahren wurde, das hat, glaube ich, einfach mit der Abwesenheit der Drachen dann zu tun gehabt. Ja, dass eben das Ganze runterfährt und das ging ja auch mit dem Verdecken dieser Inseln einher, mit diesem magischen Nebel, ja, im Pandaria-Stil. Und dementsprechend denke ich nicht, dass da schon irgendeine Bedrohung oder so die Finger im Spiel hatte. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, ist, dass diese Bedrohung dann versucht hat, diese Wächter zu zermürben, ne? Dass nicht nur der Zahn der Zeit dann denen nagte, sondern auch irgendwas, was verhindern wollte, dass die Drachen zurückkehren. Das wäre noch ein spannender Gedanke in dieser Richtung, aber davon abgesehen ist es einfach viel Neues, viel Unbekanntes, ja? Und da können wir so ein bisschen mutmaßen und so ein bisschen, wie auch in der Analyse besprochen, gucken, ne, was erinnert uns zum Beispiel an die Ordnung, an die Titanen, ne, an ihre Maschinen, Zahnräder, Runen und, und, und. Aber das ist dann auch schon alles, würde ich sagen. Auch schon alles. Venom, hallöchen. Skippen ist ja eine tolle Sache, aber ich kann das einfach nicht nutzen, weil ich das Gefühl habe, dem Chawas vorzuenthalten und ihm damit einen Teil seines Weges zu beraubten. Ich weiß, ich bin krank. Ja, absolut. Aber ist doch schön, wenn du da dann deine Freude dran hast, warum nicht? Und häufig kriegt man ja auch noch ein bisschen mehr Zeug mit, ne? Vielleicht droppt der nächste Mob irgendein episches BOE, das du für 300.000 verticken kannst. Oder bei der einen Quest nimmst du noch einen T-Mock mit oder noch ein paar mehr Ressourcen oder was auch immer, ne? Das ist ja auch nicht zwangsweise jetzt für die Cuts oder nur Zeitverschwendung. Darius mit 35 Monaten. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir gehen schon mal rein. Wir fangen schon mal an, weil bei den meisten Bossen reicht ein Tank. Wir hoffen einfach, dass sich dann im Laufe des Runs, wie so oft, ne? Ist ja keine neue Situation, dass sich im Laufe des Runs noch der ein oder andere meldet und dann können wir denen ja auch easy peasy hinterher porten, ne? Gar kein Problem. Abo, hi. Was sagst du zu dem neuen Patch, der demnächst rauskommen tut? 9.2.5. Sieht bisher ganz gut aus. Ja, ist ein Zwischenpatch, das heißt, bisschen Storyline, bisschen Waffen hier, bisschen vielleicht Traditionsrüstung da und so, ne? Das ist ja immer nicht die riesige, große Offenbarung oder so. Aber der bereitet vieles vor. Was ich bisher gesehen habe, sieht sehr, sehr gut aus. Und ich denke auch, diese ganze Geschichte dann mit Raid M+, und diesen neuen M+, Seasons allgemein, auch mit alten Dungeons und so, ne? Was ja dann aufbereitet wird, Fraktionszusammenschluss und diese ganzen Grundsteine, die gesetzt oder Experimente, die gestartet werden, ne? Ich denke, das ist eine ganz wunderbare Sache und insofern, ja, freue ich mich auf alles, was da in nahe oder ferner Zukunft kommen wird, ne? Absolut. Gut, ich fand das Drachenreiten eigentlich richtig cool. Aber jetzt hat Jeremy Fiesel in einem Interview gesagt, dass es obligatorisch ist und kein anderes Fliegen gestattet sein wird auf der Insel. Das finde ich schon wieder eine ganz schwierige Richtung. Ja, kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie es letztendlich dann werden wird, ne? Weil dadurch können sie natürlich auch so ein bisschen den Content, ich sag mal interessant, gaten. Ich weiß, schwierige Formulierungen, viele mögen gaten an sich schon nicht, aber dadurch, dass sie nur dieses Fliegen erlauben, können sie natürlich die Welt sehr gut darauf abstimmen, ja? Und das wurde, glaube ich, auch so gesagt, wenn man am Anfang da rumfliegt als unerfahrener Reiter, dann wird man gerne runtergeschossen, ja? Dann sehen die Bewohner, wait, was ist das jetzt? Zack, den schießen wir runter, den fressen wir. Und es wird ja auch einen Talentbaum geben, ja? So ähnlich wie in Torgas wird es auch dafür einen Talentbaum geben. Und umso weiter wir den ausbauen, umso mehr können wir sicherlich entdecken, ja? So ähnlich wie am Anfang von Zeret Mortis, wo wir uns auch, ne? Die Gebäude hoch baggen und die Berge irgendwie halb hoch glitschen müssen, ne? Und da muss man dann eben auch so eine Entdeckerkomponente, sag ich mal, im Positiven zugeben, wie ich finde. Weil, wie cool ist es? Ich finde das super, ja? Wenn du so ein bisschen fliegen kannst, dass du ein bisschen erlernst, jede Woche diese Bäume ausbaust und dann auf einmal kannst du diesen Berg hochfliegen und auf einmal kannst du auf dieser Säule landen, wo du von unten schon gesehen hast, oh, okay, da ist irgendeine Kiste drauf, ja, oder, oder, oder. Und das finde ich super spannend, weil sie dann wirklich die ganze Welt rund um dieses Feature-Design können, rund um unseren Fortschritt, ja? Und das kann dieses Entdecken, finde ich, auf eine ganz andere Stufe heben und auch für eine ordentliche Motivation sorgen. Das ist zumindest jetzt mein Gedanke dazu, wie es dann in der Praxis aussieht und ob uns das nicht schon nach 10 Minuten auf den Sack geht, das weiß ich auch noch nicht. Das kommt dann darauf an, wie gut sie es eben hinbekommen, ja, oder auch nicht. Klar, es wird wie immer nicht allen gefallen können, aber ich sehe da auf jeden Fall viel Potenzial, wenn sie das so beibehalten. Auch das kann sich ja nochmal ändern. Aber wenn sie wirklich alles, und ich meine wirklich alles, jeden fucking Baum und jeden Berg rund um dieses Feature-Design, dann glaube ich, das kann echt cool werden und ich finde, dann fühlen sich die Fortschritte bei diesem Prozess auch wieder richtig nice an. Und dann, finde ich, ist es auch wert, als eines der Hauptfeatures vorgestellt zu werden, ja. Und da macht es, glaube ich, nur in diesem Zusammenhang richtig Sinn. Das wäre auf jeden Fall mein Eindruck dazu. Wieso? Was ist jetzt schon wieder? Was habt ihr schon wieder? Ugly Boys und Hälfte der Woche ist rum. Ja, da kann man auch die Fassung mal verlieren, Die Zeit, sie rennt wieder. Junge, Verfari, Hallöchen. Grüße, Grüße. Unser Girl Alex sagt ja, dass wenn die elementaren Energien wieder stark genug sind, wir zurückkehren werden. Also wurde unser Stoneboy dadurch erweckt, dass Azeroth wieder stark genug ist, in ein neues Zeitalter der Drachen einzuleuten. Das ist ebenfalls eine sehr schöne Schlussfolgerung, denn in den nach dem Cinematic gezeigten Interview-Passagen, T-Mock, wenn es ein sauberer Run ist, gerne, nur bitte keine Full-Sits, da wurde ja auch gesagt, dass diese Riesen auch stark mit den Elementen, mit der Erde und so verbunden sind. Und wenn es nicht die Anwesenheit der Drachen an sich war, die die Inseln suchten, die da zur Erweckung führten, dann kann es natürlich auch neben, wie gesagt, irgendwelchen welterschütternden Ereignissen, auch diese Azeroth-Heilt-Komponente sein. Kann auch sein, das Meer hat so seltsam blau geglitzert, dass da ganz viel Azerid drin war und dann wurde der Wächter von so einer Welle getroffen und ist dadurch wieder aufgewacht. Also, da kann man aktuell noch ein bisschen rumspinnen, aber die Erklärung gefällt mir mit am besten, muss ich sagen. Ich hatte den Gedanken, dass es eventuell in Uldaman, welches ja eine neue Inni wird, einen Mechanismus gibt, der das auslöst und die Dunkeleisenzwerge in 925 eventuell da etwas zu weit buddeln. Die Zwerge haben zu tief und zu gierig gegraben, heißt es dann mal wieder. Glaube, mich recht zu erinnern, dass Todesschwinge nach Ausgrabungen im Ödland angestoßen hat, eventuell, um damals schon nach Hause zu kommen, weil dort ein Haufen Macht liegt. Das kann durchaus sein. Also, bei solchen Titanen-Städten, ja, da liegen generell viele Geheimnisse. Absolut. Und natürlich hatten sie damals zu Classic noch nicht die Möglichkeiten und auch nicht die ausgedehnte Lore, um so einem Archedas zum Beispiel, auch wirklich gerecht zu werden, sage ich mal. Und möglicherweise holen sie das jetzt nach und die bewachten noch mehr als das, was wir da gefunden haben. Denkbar ist auch das. Absolut. Floki, mach's gut. Okay, Freunde. Wir suchen, wie gesagt, noch einen Tank. Wir können aber auch schon gerne anfangen. Also, genau. Wenn ihr seht, es sind alle da, dann Pull, HCDs, jawohl, Kampfrausch rein. Und die meisten Bosse können wir jetzt auf jeden Fall auch so schon aus dem Leben scheppern. Da müssen wir uns keine großen Gedanken machen. sehr, sehr gut. Ich habe genau das vorgeschlagen, dass es eine neue Klasse geben sollte, die sich in einen Drachen verwandeln kann. Das gleiche Schema gab es bei Warcraft 3 in einer Custom Map. Da hat sich ein Held in einen Drachen verwandelt. Alles andere hätte auch einfach nicht gepasst. Mit Gelüfe dann die Farbe ändern. Ja, das läuft dann anscheinend ein bisschen einfacher. Einfach über den Friseur oder so wird das mit Sicherheit sein. Aber das sind natürlich Fankonzepte, die immer mal wieder nach oben gestoßen. Mal als Rassen, mal als Klassenfantasie. Wie oft wurde hier über die letzten Jahre allein in diesem Chat der Drachenpriester gewünscht, der sich dann verwandelt und mit den heiligen Flammen der Lebensbinderin die Wunden seiner Verbündeten schließt. Da sind sie schon durchaus auch nah an den Fanwünschen dran. Leider kein Barden-Drache, aber immerhin. Wieso bisher keiner zufällig mal mit dem Schiff auf die Insel gestoßen ist, kann mir auch keiner erklären, oder? Das ist wieder dieses, plötzlich ist da eine neue Landmasse, die nie einer vorher gesehen hat. Ja, die Frage ist ja, die Frage ist ja, ob wir da nicht wirklich von einem magischen Nebel sprechen. Ja, das sind Titanenanlagen, das ist die Heimatstätte der Drachen. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Nebel ist, in den du reinfährst und dann kommst du bei den Inseln wieder raus. Das werden die hoffentlich entsprechend gesichert haben. Ansonsten ist es wieder ein bisschen fraglich, da hast du völlig recht. Gerade Kultiras und Zandala brüsten sich hier als die größten Seefahrt-Nationen und haben dann nie geguckt, was da hinter diesem Nebel liegt. Also ich bitte euch. Vielleicht haben wir auch da wieder ein paar Schiffsbrüchige oder so. Aber an sich denke ich mal, dass wir es da schon mit einer richtigen Sicherung zu tun haben. Ansonsten jetzt sie auch so ein bisschen Nebel sparen können. Das triggert ja sonst die Entdecker noch mehr als alles andere. Du hast sie abzugeben, dann verroll die gerne im Chat oder gib sie einfach weiter. Das manage ich dann quasi nicht. Das könnt ihr handhaben, wie ihr möchtet. Entweder verrollen oder anhandeln lassen, wie ich das mache oder oder. Das steht euch ganz frei. Jawohl. Der Don Daddy ist noch da. Er wird schon geportet. Super. Ja, mit drei Tanks ist einfach viel angenehmer. Und solange wir da noch ein paar Kollegen rankriegen, solange die IDs noch da sind, wollen wir versuchen, das der Einfachheit halber auch so mitzunehmen. Auf welchem Server spielst du Alli? Auf Ambosser. Aber Allianz spiele ich immer nur mal so im Stream. Also für den ein oder anderen Run. Ansonsten habe ich Allianz überwiegend hinter mir gelassen. Was ja demnächst hoffentlich nicht mehr ganz so interessant ist, solche Aussagen. Weil wir dann ja den Zusammenschluss haben. Aber auf der Alli-Seite, ja, da geht nicht so viel. Wenn die Frage aber darauf abzielt, ob ihr auch auf diesen Server spielen müsst, dann kann ich ganz klar sagen, nein. So gut wie alle unsere Aktionen im Stream sind serverübergreifend. Also wenn wir da Gruppen aufmachen, dann ist es häufig ganz egal, wo ihr rumwuselt oder auch nicht. Da probiert man sich einmal in einem intelligenten Fachausdruck verkacktes und der ganze Stream macht sich über Deosex lustig. Ja, willkommen im Internet. Das Gute ist aber, Jules unter uns, das haben die auch schon wieder vergessen. Wir sprechen das einfach nicht mehr an, dann ist das schon wieder vergessen. Das ist ja das Schöne an der Schnelllebigkeit im Internet. Gestern noch Skandal, heute schon Präsident der Vereinigten Staaten. Es ist ja alle so hintereinander weg, ruckzuck. Holy shit. Wo wir gerade bei Titanwächter sind, mich wundert es ein bisschen, der eine aus dem Cinematic schien ja irgendwie ein Bewusstsein zu haben, und nicht nur wie eine Maschine zu funktionieren. Ja, die Titanwächter, die sind ja auch häufig mit einem eigenen Charakter, mit einem Bewusstsein gesegnet. Ich meine, guck dir die Kollegen an wie einen Loken, wie einen, was weiß ich, wie einen Odin. Ja, oder eine, eine lustige, wie hieß sie, Freya, war das Freya und Tyr und so weiter auch? Da können wir ja eigentlich Ulduar durchgehen. Lass mal gerade schauen, nicht, dass ich jetzt hier alles durcheinander werfe. Und zwar, hier haben wir die doch alle, Hodier haben wir, Thorim haben wir, Freya, ne, Mimiron und Co. Also, das waren ja auch, ich sag mal, Persönlichkeiten, ne, und nicht nur geistlose Konstrukte. Insofern deckt sich eigentlich auch das mit dem, was wir von Titan-Konstrukten so kennen. Final Shin, vielen Dank für dein Abo. Dankeschön, Dankeschön. Die Dracheninseln sollen doch so riesig sein. Mal sehen, wie groß die wirklich sind. Ja, das ist immer schwierig, ne, so die Zonen, auch im Bereich der Größe, haben sich natürlich doch verändert, auch über die letzten Addons, ne. Und ich finde, das ist immer ein gefährliches Spiel. So zu groß ist auch doof, gerade wenn wir erstmal sowas wie Fliegen irgendwie erlärmen und auf die Kette kriegen müssen, ne. Und zu klein ist natürlich auch scheiße, gerade wenn sie diesem System auch nur halbwegs treu bleiben mit, hinter jeder Ecke ist irgendein Event oder ein Rare und hier ist noch eine Weltquest und dann eine Daily, da brauchst du natürlich auch schon einen gewissen Mindestplatz, damit sich das so ein bisschen zerläuft, ja. Und das aber ohne, dass sich die Spieler verlaufen, ne. Also, da bin ich auch gespannt, wie sich das anfühlt. Und wenn ihr mal auf der Hauptseite wart, ne, zu Dragonflight und euch diese Medien da mal durchscrollt und so ein bisschen diese Zonenvorschau genießt, holy shit, da haben sie auch geile Bilder wieder gewählt, ne, mit der Sonne im Hintergrund und die Wälder. Ah, da habe ich direkt wieder Bock, Junge. Wenn ich nur das Bild sehe, ne. Heilige Scheiße. Also, das wird, denke ich, wunderbar. Und ich denke, sie haben da auch viel gelernt aus der Vergangenheit. Ja, mal sehen, ob sie diese Systeme überhaupt allumfassend beibehalten. Ich denke, das wird ein schöner, Mittelweg, zumindest hoffe ich das. Unterwegs, jawohl. Bis gleich da, ne, sonst hätten wir natürlich nochmal geportet. Alles gut, alles gut. Schön, schön. Ich hoffe, die Helme werden besser als beim Worgen oder Tauchen gemacht bei dem neuen Volk. Ja, wenn sie überhaupt Helme tragen, ne. Wir haben vorhin ja schon so ein bisschen besprochen, wir wissen ja noch sehr wenig über diese neue Form, ob die dauerhaft aktiv ist, ob die so eine Art eigenes T-Mock hat, ja, was dann auch über den Friseur quasi designt wird. Ja, dass so irgendwie ein bisschen die Farbe und die Form beeinflussen kannst, wie jetzt bei Armreifen von den Blutelfen oder sowas, ne, oder die Mähne dann beim Worgen, dass wie so ein Cooldown funktioniert oder wie beim Worgen immer Infight angeschmissen wird, ne, und ob es dann nicht wie bei den Mechagnomen ist, dass du bestimmte, bestimmte Teile einfach nicht moggen kannst, ne. Leider ist auch das eine Option, was ich natürlich ebenfalls super schade finden würde, aber gut, dafür bist du ein verdammter Drache, ja, vielleicht braucht er auch gar keinen Helm, außer beim Fahrradfahren. Leute, wenn ihr irgendwie Stoffteile bekommt, die ihr nicht braucht, ne, ich brauche noch so gut wie alles und damit meine ich fucking alles, also, falls ihr irgendwie Inventarplatz machen wollt, ne, ich opfer mich da dann gerne, ich nehme den Bums auf jeden Fall mit. Gibt es bei Kino Käsesoße auch ein Diätpaket? Wäre voll geil, ansonsten kann ich nur weiterhin sabbern. Also du kannst sogar ein monatliches Käsesoßen-Abo abschließen, ja. Ihr könnt zum einen hier rein zappen, das ist super, ihr könnt aber auch bei der Käsesoße rein zappen. Ob dir das dann bei der Diät hilft? Ich weiß es nicht. Kannst du halt sagen, jeden erfolgreichen Monat gibst du ein Glas mehr und das frierst du dann ein oder so. So sieht es aus. Aber davon abgesehen, glaube ich, zum Abnehmen, meine Sponsoren sind super und die sind auch frisch und jugendlich und wach und dem Trend hinterher, ja. Aber ich glaube, zum Abnehmen, naja, kommen wir nur bedingt zusammen. Sehr bedingt. Ich meine, du könntest dir so Knuspererbsen bestellen. Ausrufezeichen Käse, Freunde, ihr wisst bescheiden. Mit meinem Code 15% sparen, Abfahrt läuft. Und da kannst du dann jeden Tag eine halbe essen oder so. Nimmst du eine aus der Packung, zerschneidest die und gönnst dir eine halbe. Aber bei mir wäre es dann so, ich rieche die halbe und inhaliere die ganze Packung wie so ein Staubsauger. Das wäre so mein Problem, ja, deswegen. Deswegen kann ich da eigentlich keine Empfehlung geben. Leider nein. Dann müssen die anderen einfach mehr essen. Dann gleicht sich das wieder aus, ja. Glaubst du, dass sie den Revamp vom UI auch zwingend machen? Weil es gibt da bestimmt viele Leute, die diesen alten Look lieben. Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke schon, dass sie viel modernisieren wollen und da bin ich mir nicht sicher, ob sie für alles so eine Classic-Option beibehalten, weil, und da kommt jetzt genau das, was ihr ahnt, wenn das jemand will, dann kann er ja Classic spielen, so nach dem Motto. Ich fürchte, das wird hier und da die Antwort sein. Möglich, dass sie wie auch bei den neuen und alten Charaktermodellen irgendwie so eine Option geben, auch nur die neuen oder nur die alten anzeigen zu lassen. Aber ich bin mir nicht sicher, was das für ein Aufwand bei einem ganzen UI eben wäre. Jetzt aber das eigentlich Witzige daran, maybe werden dann Interface-Pakete wie TUC-UI und ELF-UI überflüssig, aber die bauen das Ganze dann eben wieder auf Alt um. Für die, die das eben mögen. Und es wird natürlich eine Umgewöhnung für uns alle. Absolut, da bin ich definitiv bei dir. Geil! Pantoffeln! Sehr cool! Vielen Dank, vielen Dank! Das erste Stoff-Item, Leute! Yay! Also halte ich nicht für völlig unmöglich, aber da es ja doch um Modernisieren geht, sie vieles völlig neu machen wollen, vom Talentbaum bis eben zum User-Interface, denke ich mal schon, dass die Chance eher größer ist, dass sie nicht diese alte Option reinbringen, zumal sie bestimmt beim Support dann auch keinen Bock haben, irgendwie auf zwei Interface-Probleme geschult zu werden. Hängt ja auch so ein Rattenschwanz irgendwie dran. Und selbst wenn es so kommen sollte, dann haben unsere Add-on-Entwickler bestimmt unseren Rücken. Ja, die machen dann bestimmt genau in diesem Bereich erstmal schön was Neues, was Neues, Altes eben. Eben eben, denkt an die Nebel von Avalon, das war auch ein spezieller Nebel, der die Insel geschützt hat vor dem Pöbel, siehe da. Ja, genau, genau. Ist ja, letztendlich ist es eine Fantasy-Welt. Und wenn da eben ein Zaubernebel ist, dann kannst du da reinfahren mit deinem Boot und dann kommst du irgendwie im Add-on 12.0 wieder raus. Ja, dann will ich den Nebel aber auch finden, hören wir. Wer weiß, vielleicht finden wir auch wieder Schiffsbrüchige. Erinnert euch an Asuna und diese Schiffbruch-Arena, wo wir auch ganz viele hatten. Vielleicht pilgern die da auch rum. Die Zone ist ja riesengroß. Also vielleicht ist da auch irgendwo mal ein Schiff gestrandet, aber selbst wenn, was soll der da machen? Ja, da blüht ja auch nichts. Ich denke, die kleinen, was weiß ich, Kultiraner oder so, die das da gefunden haben, die haben dann auch nicht diese Titanentüren geöffnet bekommen und, und, und. Dann konntest du da halt rumsitzen und verhungern. Ja, also selbst wenn es gefunden worden wäre, war es vermutlich einfach uninteressant. Könnte auch sein, aber ich denke, am wahrscheinlichsten ist, dass dieser Nebel einfach nicht passierbar war. Ja. Die Farbe der neuen Klasse ist jetzt ja auch bekannt und es ist ein Farbton zwischen Hunter und Mönch. Ein dunkler Grünton. Okay. Ja, muss ich sagen, fühle ich, oder? Auch wenn ich hier gerade unser Schadensmeter so ein bisschen durchscrolle. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich repräsentativ hier, aber dunkelgrün, muss ich sagen, finde ich gut. Queen Me, hi. Gibt es deine Hörbücher auch irgendwo offline zu hören? Sitze demnächst im Flieger und da ist es mit YouTube etwas schwierig. Leider tatsächlich nein. Leider nein. Die sind tatsächlich nur auf YouTube in der Hörbuch-Playlist auf meinem Gaming-Kanal oder eben, ja, in den Hörbuch-Playlists auf dem Hörbuch-Kanal. Allerdings gibt es zumindest die Non-WOW-Sparte auch auf Spotify und Co. Also das gesamte erste Buch der Meuchelmörder-Chronik, das müsste auf Audible und Co. verfügbar sein. Weiß allerdings nicht, ob du das auch meinst oder ob du dir nur WoW gönnen wolltest. Wenn ja, dann muss ich dich dahin gehen, hoppala, leider enttäuschen. Die sind tatsächlich nur auf YouTube. Wisst ihr, ob ich für die Kriegskampagne einen Level-Stop machen muss? Bei Chromie zum Beispiel fliegt man dann ja einfach raus. Boah, habe ich leider absolut keine Erfahrung. Wenn es wer weiß, Leute, Level-Stop, Kriegskampagne, ja, nein. Ich würde fast sagen, nein, weil eine Kampagne sollte eigentlich immer irgendwie nachholbar sein, aber möchte ich sehr ungern meine Hand für ins Feuer legen. Auf Audible auch schon, sehr nice. Ja, das Ding ist, der gute Max, der ja die Meuchelmörder-Chronik geschrieben hat, die ich auf meinem Hörbuch-Kanal Die Nacht-Euler auf YouTube, ihr wisst Bescheid, ja regelmäßig einlesen darf. Der ist ja wirklich Autor. Der hat so Connections mit Verlegen und so und das heißt, dem schicke ich das rüber und dann muss ich mich dann nicht bewerben und Konto und so, sondern der sagt seinem Verlag, hey, guck mal, hier haben wir ein Hörbuch und dann dann machen die das und dann funktioniert das auch wunderbar, bis ich mich da wieder reinfriemel, holy shit. Also einige meinen, gerade YouTube Premium wäre vielleicht eine Option. YouTube Premium kaufen, downloaden, offline genießen. Siehst du, das geht damit, kenne ich auch gar nicht aus. Ja, habe ich absolut keinen Dunst, aber vielleicht ist das eine Option, wenn ihr sagt, muss man ja dann nicht auf Lebzeit irgendwie holen, den Bums, aber wenn ihr sagt, gut, da investiere ich jetzt nochmal eine müde Mark, laden wir 10.000 Videos runter und dann hält das erstmal, dann geht das vielleicht auch. Könnte sein. Gibt es eigentlich eine gute Möglichkeit, gleichzeitig mit 10 Charakteren und Gilde den Realme zu wechseln? Ich fürchte, nein. Also hin und wieder gibt es reduzierte Angebote, ja, im Ingame-Shop, dass das dann irgendwie nicht 20, sondern nur noch 13 Euro kostet oder so ein Bums, aber ich glaube, auf Masse hat da jemand mal die Erfahrung gemacht, dass man ein GM anschreiben kann oder so und dann gibt es da irgendeine Rabattaktion? Ich fürchte nicht, weil da verdienen sie natürlich gut Kohle dran an all diesen Chars, ne, und da wäre mir das auf jeden Fall neu, dass sie da irgendwie eine Extraoption haben. Wegen den Persönlichkeiten der Titankonstrukte, man bedenke, dass Loken seinen Bruder aus Liebe verraten hat, ja, Liebelei, Einflüsterungen der alten Götter dazu, oh, schlimme Kombination, ja, ganz, ganz schlimme Kombination. Gut, wir sind schon bei Lady Aschenwind vorne, wir kommen hier fabelhaft zusammen voran, aber, es wird ja auch erst ekelhaft, ne, das ist richtig schlimm, ja, das kommt ja noch. Oh, oh, oh. Es gibt ein Paket, wirklich, es gibt ein Paket für Fünfer und Achter und ich bekomme einen Gürtel, vielen Dank. Dankeschön. For real? Ich dachte, das war immer nur Theorie, dass sie darüber nachdachten oder dass sich das Leute wünschen, ne, gab ja dann auch so Gildentransfer und so ein Bums. Aber das ist drin? Oh, shit. Okay. Das wusste ich tatsächlich nicht. Es gibt gerade im Shop einen Einser, Fünfer und Achter Transfer. Wow, das ist gerade der New Shit für mich, Leute. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Okay. Okay. Ist natürlich immer noch, ist natürlich immer noch gut Kohle. Ja, muss man sagen. Selbst wenn man sagt, ich kaufe mir das mit WoW-Gold, geht man ins Aha, kauft so eine Marke für 250.000 Gold und benutzt sie dann, um die in 13 Euro Battle.net Guthaben umzuwandeln. Ja, dann bist du immer noch ganz gut dabei, möchte ich meinen, ne, dafür, dass die Charaktere dann nur woanders stehen, quasi. Aber das ist natürlich an sich trotzdem geil, dass sie da so ein Bundle haben. Da habt ihr mich kalt erwischt jetzt, aber zum Glück, sage ich, zum Glück, es kann auch schön sein, was Neues zu lernen. Danke für die Infos. Vielen Dank auch für den Gürtel. Ich verstehe halt nicht, warum ein großer Titanwächter die Insel in einen Nebel hüllt, aber gefühlt ein Steinwächter aus dem Angorokrater das Ding wieder anwirft. Kaum erwacht nicht der Typ auf dem Thron, könnten es Wächter an der Küste sein, für jedes Zeret und der Jäler hat durch Zeret Mortis und Bosswein Arzeroth Anzapfen genau diesen Wächter erweckt. So wie im Trailer gesprochen wird, könnte es auch sein, dass erst das Ereignis war und dann sind die Aspekte gerufen worden. Ja, definitiv. Also da hatten wir einige Theorien heute zu, ne, zum Beispiel Arzeroth heilt und diese Heilung erweckt die Wächter aufgrund ihrer Bindung zur Erde oder es ist eben ein Weltereignis gewesen wie das Schwert in Arzeroth von Sargeras wie das Ende von Sowal, der Riss, der sich schließt über die Eiskrone, über der Eiskrone oder als er sich geöffnet hat, ja, also das kann alles sein, absolut. Das kann mit einem weltbewegenden Ereignis zu tun haben, muss aber nicht. Maybe hat Alex Traser auch einfach angerufen und gesagt, hey Leute, wir wollen jetzt zurückkommen, ne. Also da kann man momentan nur mutmaßen in den unterschiedlichsten Richtungen und komplett unwahrscheinlich ist da jetzt keine dieser Optionen. Freunde, wichtige Bossmechanik, ihr habt es gesehen, die Ads kommen auch im Bosskampf, die hinterlassen diese blauen Pfützen, die explodieren nach ein paar Sekunden, da muss jedes Mal ein Spieler drinstehen. Bitte vor allem die Tanks und Plattenträger und vor allem mit fetten HCDs, weil steht da keiner drin, stirbt die Gruppe und ihr alleine absorbiert quasi diesen Explosionsschaden, deswegen checkt bitte, dass ihr das auch wirklich aushaltet, ne. ansonsten kann das mies ins Auge gehen. Außerdem verpisst sich der Boss bei etwa 40% Leben, wir machen uns dann hinterher und bitte unterbrecht ihn erst, wenn sein Zauber fast durch ist. Ansonsten sterben wir alle. Das wäre echt kacke. Yo, Höschen kriege ich auch noch. Wow, Leute, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das läuft ja hier, super. Mal sehen, ob es so weitergeht. Mal gucken. Ja, also sehr spät kicken und die blauen Voids beachten, dann sollten wir eigentlich cool sein. Was ich noch nicht mitbekommen habe, zumindest aus dem Trailer, was ist denn diesmal die Bedrohung im neuen Addon? Hallo zusammen, das ist die gute Frage. Vermutlich, wenn du mich fragst, wird früher oder später wieder irgendeine Kosmosmacht aktiv werden, sei es das Leben über Elun, Tyrande und den grünen Drachenschwarm, die Lehre über die Jünger von Galakrond oder was auch immer. Die können ja immer und überall mitmischen. Wenn die jetzt auf den Trichter kriegen, dass wir mit Drachen und deren Geheimnisse zu tun haben, dann sagen die auch, junge Geheimnisse und Machter sind wir dabei, wir übernehmen jetzt erstmal paar Drachenschwärme, let's fucking go. Also das ist ja auch nicht so weit hergeholt. Ansonsten haben wir auf der Infoseite erfahren, dass die Follower von Galakrond nicht nur auf Twitter, sondern auch in den Zitadellen auf den Dracheninseln, dass die eben eine sehr gefährliche Mentalität leben, nämlich, du bist kein Drache, dann bist du ein niederes Wesen und musst dienen. Das sind uralte, sehr elementar geprägte Protodrachen und die eifern Galakrond nach, glauben an die reine Übermacht der wahren Drachen und die werden uns auch im ersten Raid begegnen. Die Frage ist, war es das dann von denen oder werden wir mit 10.1 dann sowas bekommen wie überarbeitete Drachenöde, die versuchen Galakrond zu erwecken und ein neues Zeitalter, das wahre Zeitalter der Drachen einzuleuten. Da kann man also schon spekulieren und all das kann halt auch jederzeit mit den kosmischen Mächten zusammenhängen. Muss nicht, kann aber und da ist ja auch einiges im Bereich Galakrond an sich ungeklärt, wer da letztendlich bei dieser Verderbnis seine Finger im Spiel hatte. Von daher haben wir da durchaus über das Infomaterial außerhalb der Trailer noch einiges in Erfahrung bringen können und können uns natürlich hier und da auch ein bisschen was zurecht reiben. Auch der bronzene Drachenschwarm Richtung ewiger Drachenschwarm, Murosond und Co. erinnert euch an die Endzeit und 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 also das ist schon durchaus ich sag mal mit Potential gesegnet die ganze Geschichte. Ja auch wenn wir es jetzt nicht ins Gesicht geklatscht bekamen. Mir persönlich war Zeret Mortis etwas zu klein daher hoffe ich dass wir auf den Dracheninseln mehr Platz zwischen verschiedenen Mobgruppen schaffen. Oh okay ich weiß genau was du meinst. Dachte erst Wade zu klein aber mit diesem Zusatz fühle ich komplett holy fuck du reitest halt irgendwo zu einem Erz und hast 500 verschiedene Tierarten am Arsch das ist schon sehr sehr wild. Erstmal bin ich eigentlich gespannt wie wir aus den Schattenlanden wieder rauskommen da der Riss ja jetzt geschlossen ist ja aber da haben wir ja am Anfang in Uribos mit den Rittern der schwarzen Klinge direkt Portale geöffnet und ich denke die funktionieren auch ohne den Riss da haben wir ja Experten zum Glück dabei die haben ja mit als erstes rüber geholt und da habe ich eigentlich wenig Bedenken was das angeht. Generell Freunde wenn ihr euch so ein bisschen fit machen wollt mit Hinblick auf kosmische Mächte mögliche kommende Bedrohungen und 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 dann sind meine Videos die ich vor 10.0 zu genau diesem Thema gemacht habe nicht weniger aktuell geworden ja in meiner Playlist Shadowlands und Talk auf YouTube klären wir immer spezifische Probleme ja wie Multiversum und Schattenlande und all so ein Bums aber wir gucken auch was kann denn als nächstes kommen ja und auch wenn natürlich nicht alles davon jetzt in einem Trailer zu sehen war kann das jederzeit hochkochen okay vielleicht auch erst mit 12.0 oder so aber wer das Gefühl hat da so ein bisschen auf dem Trockenen zu liegen und sich denkt da könnte ich mal wieder kleine Auffrischung gebrauchen was ist jetzt mit Galakron wer ist das was ist ein Chromatus ja und warum könnte der den Untergang aller Drachen bedeuten und was ist mit dem Turalion warum ist Irel eigentlich die Böse ja und 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 also all das kläre ich in genau dieser Playlist und wenn ihr Bock habt könnt ihr auf YouTube gerne mal reinschauen oder wir haben auch hier ein Command dann könnt ihr das super gerne mal abchecken beim nächsten Farm einfach in den Hintergrund knallen und dann seid ihr da auf jeden Fall wieder up to date Chloa hat das gerade mal aktiviert genau Ausrufezeichen Talk da habe ich das so nochmal zusammengefasst was die nächsten Bedrohungen eben angeht und die aktuellen Verknüpfungen Captain Max Drogia Hallöchen Asbaron Hi bei diesen Bossfreunde folgendermaßen ja da wird schon auf Toilette gegangen man kennt die Erklärung die haben zwei Bosse die dürfen nicht zusammenstehen und die müssen gleichzeitig sterben aus diesem Grund nimmt ein Tank bitte den linken und zwei kümmern sich um den rechten Boss weil der rechte Boss der verteilt Debuffs und wenn ein Tank 10 Stacks davon erreicht wird er übernommen deswegen bitte die beiden Tanks immer hin und her spotten ganz wichtig ist hier das Positioning denn natürlich die Bosse dürfen nicht zusammenstehen aber es gibt immer wieder Debuffs und je nachdem welcher Debuff aktiv ist wird auch so ein Banner hier aktiv das geht der Reihe nach rum das fängt hier an der Seite an geht dann da vorne hin da dann rüber und so schön im Kreis und wenn so ein Banner aktiv wird dann kommt ein Kreis um das Banner rum wir wollen uns stets so stellen und das geht weil es ja der Reihe nach aktiviert wird wir wollen uns stets so stellen dass wir nie in so einem Kreis landen versucht das also ein bisschen zu verinnerlichen wie die aktiv werden wie groß die Kreise sind ja und stellt euch immer so dass ihr wisst okay jetzt ist Banner links aktiv dann kommt gleich das rechts davon ich stelle mich schon mal so ein bisschen weg dass ich nicht in diesem Kreis lande ganz wichtig davon abgesehen haben wir haben wir haben wir die Debuffs und die werden in diesen Kreisen verstärkt deswegen wollen wir die meiden und in der zweiten Bosshälfte kommt das sogenannte aufgeschobene Urteil das ist so ein blau blitzender Debuff und der steckt hoch wenn ihr stehen bleibt und entlädt sich wenn ihr euch bewegt versucht also auch da so einen kleinen Rhythmus reinzukriegen stehen bleiben 2-3 Stacks entladen stehen bleiben 2-3 Stacks DevCD entladen ja dass ihr nicht permanent lauft und die ganze Zeit in die Schnauze bekommt und auch nicht ewig stehen bleibt dann einen Schritt macht und irgendwie eine 500.000er Schelle kassiert oder so das ist ganz wichtig jo das zu diesem Boss kurzer Ready Check dann Attacke ich wollte gerade ein Video vom WoW Stream gestern anschauen aber es geht nur 6 Minuten gibt es noch ein anderes Video ich habe wie immer eine Reaction hochgeladen und eine Analyse wenn du auf meinen Kanal klickst und auf Videos sollte das eigentlich easy peasy zu finden sein äh Ready Check läuft wir gucken gerade mal nur der Don ist noch gerade unterwegs ja hat er ja geschrieben ne warten wir und dann Attacke Maverett Hallöchen was geht was geht jetzt Feierabend erst du machst Sachen hör mal und das nach der Addon Ankündigung ne oh 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 der Don war kacken ja in 3 Minuten Junge holy shit einfach der Boss ne ist einfach nicht aufgestanden ist einfach sitzen geblieben Junge schön in den Gaming Stuhl gedrückt lohnt es sich wieder bei WoW einzusteigen wenn du Bock hast immer absolut ob es dir gerade gefällt kann ich dir nicht sagen aber wenn du Bock hast wenn es in den Fingern juckt immer Attacke wir sind im letzten Patch von Shadowlands das heißt wir haben super viele Aufholmechaniken du kannst direkt reinkommen ein bisschen was farben aber musst nicht jeden Shit von 0 auf 100 nachholen das ist schon mal ganz geil und darum würde ich sagen Abfahrt einmal rein es kann ja sein dass man bei dem ganzen neuen UI Einstellungsgelöt auch die Möglichkeit hat die alte Optik wieder einzustellen sie haben ja gesagt dass sie es auffrischen wollen ohne die alte Optik zu verlieren oh das ist ein das ist ein guter Punkt maybe und so sind sie ja unsere Freunde bei Blizzard ist dieser Punkt interpretativer zu werten als man zunächst annehmen wollen würde andererseits ist es auch der Fall weil es ist ja nicht das Lore Team was da spricht dass es eben nicht so ist und sie meinen nur dass sie eben den Grundstil beibehalten wollen ja was natürlich eine ordentliche Herausforderung ist wenn du dann alles selber modifizieren willst aber gut eine gewisse Basis muss ja trotzdem immer gegeben werden sonst kannst du ja auch nichts drauf aufbauen wenn ich mir so alles durch den Kopf gehen lasse dann bekämpfen wir Drachen und bekehren drakonische Elitisten ja das ist ein bekanntes Problem in Fantasywelten ich sag nur Elfen und Zwerge wenn wir von Elitisten reden oder Silbermond Waldläufer und Nathanos als Mensch der die dann schön vorgeführt hat in den sich Silvanas verliebte boah das war ein dunkler Tag für die Elfen oder holy shit kommt ein Mensch und zieht dich komplett ab und dann verliebt sich noch dein General in den Alter das war ein grauer Tag für die Lego Insel ich sag's euch Main Ratte Captain Redbeard Hallöchen Grüße Grüße man könnte es auch so erklären dass der Nebel sie auch zwingt um die Insel herumzufahren ohne dass sie es merken und somit dann irgendwo am anderen Ende wieder rauskommen ohne die Insel jemals gesehen zu haben ja auch das geht aber wir wissen es gibt immer diesen einen Dude der ein Fischerboot klaut und damit in diesen Nebel brettert und wenn es Ruffy ist wenn es irgendeine weirte One Piece Filler Folge wäre insofern haben sie sich denke ich nicht darauf voll verlassen und wenn das diese Insel und diese Geheimnisse schützen sollte dann denke ich schon dass da ein bisschen Magic mit in der Luft liegt ja absolut aber dann auch müssten solche Nebelbelge bei Seefahrervölkern langfristig Aufmerksamkeit erregen Aufmerksamkeit erregen irgendjemand müsste da mal auffallen dass es an einer bestimmten Stelle permanent alles voller Nebel ist ja aber was was wollen die dann machen was wollen die gegen diesen magischen Nebel machen tja sie hätten die Kultiraner ihre Gezeitenweisen versammeln können um zu versuchen ob sich da irgendwas auftut oder so vielleicht haben sie das getan und auch das hat nichts gebracht ne Gezeitenhufer der ist jetzt ja auch nicht konkurrenzfähig gegen Titanen und Drachenmagie da sprechen wir ja auch nochmal von ganz anderen Relationen ich hab die Mechanik grad eben mies verschissen Leute ihr müsst das jetzt saven ihr müsst das saven aber ihr kriegt das hin obwohl das gerade oh Paschma ist schon kaputt boah das wird so knapp ihr müsst jetzt bürsten wie noch nie in eurem fucking Leben und der springt hin no way da war der chillt kurz und boah Leute Millisekunde sein Urgroßonkel ey ey eine eine Millisekunde mehr und Paschma wäre wieder auf 100% gewesen ihr geisteskranken was für ein Timing krass heftig heftig wie er nochmal hinspringt und kurz diese Immunität bekommt ne dieser räudige Hund wirklich ja Freunde ich habe mies verschissen ich habe den Phasenwechsel verpennt und schön in Ruhe vorgelesen Mann voll Panne gewesen aber ihr habt das gut gesaved man muss man sagen sehr schön sehr schön sehr schön fühlt sich WoW wieder lebendiger von den Spielern her an ich fand nie dass es sich irgendwie nicht lebendig angefühlt hat aber jetzt ist natürlich erstmal wieder eine große Hypephase da ist sicherlich ein bisschen mehr am Hochkochen weil viele es wieder auf dem Schirm haben und zumindest mal eine Woche wieder reingucken oder so aber es war ja jetzt nie der Fall dass man irgendwo was weiß ich drei Stunden auf den Invalid wartete oder keiner im Plus gelaufen ist oder so was insofern ja mit neuen Addons im Hintergrund ist natürlich immer noch ein bisschen mehr los das ist klar Timok am Ende können wir machen können wir machen nur bitte keine Fullsets ich bin immer schuld Freunde ich habe aber auch schon drei Teile heute von euch bekommen gebt mir die Schuld ist mir egal ich habe drei Stoffteile schon ich nehme das alles auf mich gar kein Problem wie wörtlich kann man die Worte in dem gestrigen Video nehmen die gestern bei Minute 2257 da sagte Ian das würde ja heißen dass sie schon mal wach war ich glaube nicht dass das ein Versprecher war ich denke dass es mehr auf diesen die habe ich schon dankeschön trotzdem vielen Dank dass das mehr auf diesen Azeroth heilt die Welt heilt was Alex Strasser auch sagte dass es darauf bezogen war und weniger jetzt auf das Erwachen auf das Erwachen eines Titanen sondern mehr auf dieses Azeroth wird wieder Erwachen im Sinne des Lebens das ja auf Azeroth zu haben und möglicherweise geht das ja auch mit all dem einher was wir schon immer besprochen haben wenn wir von Heilung und einem entspannteren Addon Start redeten erinnert euch an diese riesige Wunde im Brachland die von Todesschwinge gerissen wurde und 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 das Schwert in Azeroth natürlich diese Baustellen sag ich mal die wir dann quasi auch mit diesem Heilungsprozess verbindenderweise so ein bisschen auf dem Schirm haben können um da aktiv eben mitzuhelfen und deswegen denke ich dass das alles unter dieser großen Thematik zu verbuchen ist haben wir gerade mal die Medien angeschaut von der neuen Dragonflight Blizzard Seite und direkt mal das ein oder andere Bild im Wechsel als Hintergrund auf den Desktop gesetzt ja das sah wunderbar Junge Junge dreimal den Trailer reingeknallt aber ich glaube es ist mehr wie es uns verrät Alex Strasa sagt ja selber wir sind wieder die Wächter beziehungsweise es heilt und keiner weiß was uns erwartet nur dass die Welt heilt ganz genau also alle die vielleicht gerade auch erst reingucken huhu wir haben wir haben heute auch genau dieses Thema so ein bisschen beleuchtet so ein bisschen aktiv nochmal gequatscht wie das jetzt eben reinpasst zum einen mit diesem Cut zu Shadowlands zum anderen mit dem was wir jetzt auch zu den kosmischen Mächten und den Schöpfer Schöpfern und diesen kaputten Kreisläufen und so gelernt haben und da wird es natürlich nicht nur Friede, Freude, Dracheninseln sein und Töte, Marzen, Gnolle und die Welt ist in Ordnung also irgendwo wird da was Größeres lauern ja seien es Licht, Leere und Leben oder sei es eben doch irgendwas Hochkochendes auch wieder in unseren Reihen Turalyon sitzt immer noch auf dem Thron von Sturmwind was Anduin und Sylvie machen man weiß es nicht genau wir können beim Ausbuddeln von irgendwelchen Artefakten zu tief und zu gierig graben und irgendwelche uralten weggeschlossenen Gefängnisse finden Stichwort auch Chromatus Stichwort auch Galakrond ja deren Jünger oder dessen Jünger die sind ja im ersten Raid dann aktiv wollen alles vernichten was nicht Drache ist ja sprechen von reinen Drachenschwärmen und ihrem Zeitalter und so also sobald wir einen Fuß auf die Dracheninseln setzen glaube ich Zone 1 ist so so ähnlich wie in BFA ja ja ach schön und Fraktionskrieg ach Drachen schön Arzorot und Zone 2 wird dann schon Wait Wait wie auch in BFA ne Schrein des Sturms Achara in Zos und man denkt sich so mhm wait a second Blizzard was ist jetzt passiert ja ich denke das wird dieses Mal noch ein bisschen unscheinbarer sein ich glaube sie versuchen wirklich einen schön langsamen Flow zu haben ja wirklich dieses alte entdecken und mal durch eine Höhle sterben für eine Kobold Spitzhacke oder so ein Shit ich glaube schon dass sie das wirklich auch reaktivieren wollen und auch schön mit diesem Drachenflug als Feature verbinden möchten aber ich bin der festen Überzeugung dass es das nicht nur ist es wäre vom Feeling auch ein bisschen weird ne in Anbetracht dessen gebt kräft ruhig die Schuld den Nut will er aber erhalten und falls es euch beruhigt es erhält auf keinen Fall der Falsche das ist aber schön Fanta 4 Bücherwurm vielen Dank für diese wunderbare Donation Dankeschön ja es wäre halt ein bisschen weird ne wie vorhin gesagt wir lernen von den Schöpfungsschöpfern und von Verschlingern und irgendwelchen Wesenheiten die das ganze Universum vernichten wenn sie unsere Welt erreichen und wir so ja ja die Schneegnolle Bro es tut mir ein bisschen leid dass ich immer die Schneegnolle Gnolle nehme weil ich finde die super ich will die am liebsten als verbündetes Volk habt ihr die Modelle gesehen holy shit ja wir haben schon gesagt wir wollen so ein Baby Gnoll als Pet von Twitch Drops und der heißt dann einfach Poggers ne der kleine Poggers Junge so ein Baby Gnoll let's go und da bin ich total in love aber im Vergleich zu dem was wir in den letzten Patches und Jahren gelernt haben ist es halt einfach ja so böse wie es klingt unwichtig ja ich liebe den Stuff aber wenn mich wer fragt wie ich das einordne dann sage ich jo das ist ein bisschen vorgeplänkelt ne das ist im Rahmen des Kosmos eigentlich völlig uninteressant und damit dieser Eindruck der eben so massiv böse auch klingt ne von mir jetzt auch natürlich ein bisschen überspitzt wörtlich verpackt wurde dass der eben nicht so eintritt denke ich werden sie so ein paar kleine Hinweise streuen und so ne damit wir eben immer wieder auch im Hintergrund so ein bisschen dieses Kosmos gelöt haben ohne dass es uns ins Gesicht springt vorne vielen Dank für diesen wunderbaren Run ich habe hier noch Kettenarmschienen wenn die jemand braucht gern bei mir abholen ansonsten hole ich noch ein paar Fragen und Themen nach und dann kommen wir gleich zum Temok jawollo waren die Dracheninseln eigentlich mal Teil der großen Landmasse dürfte nicht so sein weil dann müsste die Zerschlagung im Trailer schon passiert sein sonst wäre ja kein mehr zwischen der Landmasse die jetzt die Dracheninsel ist und dem Brunnen der Ewigkeit genau deswegen dürften die schon vorher ein eigenständiges Kontinentchen gewesen sein wage ich es mal zu nennen ja meine Frage zur Lage der Dracheninseln wo auf der Weltkarte würdest du sie am ehesten ansiedeln ich würde am ehesten südlich von Nordend sagen oder wurde schon was dazu gesagt ich meine ja dass das besprochen wurde und zwar oben links oder also so über Kalimdor und neben Nordend ist das richtig habe ich irgendwo gelesen es gab ja 7000 Interviews schon wieder ja irgendwelche französischen Interviews habe ich in Google Übersetzer reingezimmert und habe ich auch noch nicht alles komplett zusammen seht mir das bitte noch nach aber da haben wir auch schon Infos zu ja ich glaube das war eine Frage in den Interviews und die Position dürfte bekannt sein wenn sie die nicht noch dreimal über den Haufen schmeißen ich wollte mich ein wenig selber bestrafen was ich heute morgen wieder alles sehen musste bei den Mietern möchte kotzen heulen und am liebsten dem alten Eigentümer eine reindrücken na gg da will ich mir aber auch wirklich nicht vorstellen was du da manchmal für scheiße siehst oder dann jetzt lieber schnell nach Azeroth so sieht das nämlich aus okay Freunde konnten wir das nochmal schön durchquatschen ich gucke mal dass ich wieder so ein bisschen aktuell werde mit unserem Chatverlauf ich sehe Jilzin mit den Bits vielen Dank Dankeschön das freut mich sehr und da sehe ich euch wieder Hallöchen aber andererseits wäre dann halt die Frage wie sehr das Lore-technisch bei den Gnollen überhaupt Sinn machen würde die als ein verbündetes Volk zur Verfügung zu stellen ja weil die ja häufig ein bisschen rückständig um nicht zu sagen verblöde drüber kommen wie irgend so ein gehirnloser Cartoon-Character aber vielleicht lernen wir da auch andere Gnolle kennen vielleicht haben die sogar eine gewisse Verbindung zu den Dracheninseln können uns helfen mit Informationen vielleicht haben die sich auch ein bisschen anders entwickelt ich sag nur tauchen und taunen kann also möglicherweise haben wir da ja gute Chancen wer weiß perfekte Krieger und Jäger ja vielleicht auch das ist eine spannende Idee dass sie auch gar nicht irgendwie Magier Hexer und 1000 Klassen dann haben sondern Krieger und Jäger so fertig ne Mönch und so das fühle ich dann auch gar nicht da müsste ich auch sagen halt stopp irgendwie Gnollmönch ne sehr sehr merkwürdig bitte bei Weltkarten nicht von links und rechts reden das ist Ost und West das stimmt das stimmt aber wenn ich hier in diesen Kreisen Ost und West sage dann kommen ganz andere Fragen und Themen weißt du wie ich meine ist auch immer gefährlich müssen wir dolle dolle aufpassen ja Freunde willkommen gleich zu eurer wunderbaren T-Mock Geschichte ich sehe ihr habt eine schöne Reihe gebildet wir fangen hier links gleich an ich sehe nur gerade noch eine Frage und dann bin ich auch schon bei euch wo ist sie denn hin vom Captain da wie bist du eigentlich dazu gekommen so viel über das WoW-Universum zu lernen ist echt der Hammer wie viel du weißt Dankeschön also das fing mit Votika tatsächlich an ich habe seit TBC gespielt und mit Votika fing ich dann an mich so ein bisschen mehr für all das zu konzentrieren wow für all das zu interessieren was mir so vor den Bogen kommt damals war ich noch Jäger ja und dann habe ich rausgefunden dass es Bücher gibt und Comics und was weiß ich nicht alles ja irgendwelche Hörbücher und was über die Jahre nicht so zusammengekommen ist und mittlerweile stehen all diese Bücher und Comics hinter mir in einem Regal ich habe den ganzen Bums verschlungen war dann noch begeisterter als ohnehin schon und dann habe ich angefangen YouTube Videos darüber zu machen und ja jetzt sind wir hier irgendwie hat sich das dann so entwickelt hat sich so ergeben und dadurch dass wir nahezu täglich jetzt auch in Streams und Videos drüber sprechen gewinnt man natürlich sowieso einen etwas größeren Überblick festigt bestimmte Themen immer wieder und ja so kam das dann ganz gut zusammen und darum sind ich und viele andere hier recht fit in diesen Bereichen ja aber das basiert eben ganz klassisch auf Bücher lesen Bücher 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 dann nochmal hier ein Wiki Artikel zum Auffrischen hier mal noch ein Comic und haben die ja auch wer es gar nicht kennt auf ihrer offiziellen Seite so eine so eine Sektion mit frei zugänglichen kostenlosen Kurzgeschichten Comics und Co habe ich ja auch einige in Hörbücher umgewandelt auf meinem YouTube Kanal und ja das hat alles zusammengespielt und basierte eigentlich auf allgemeinem Interesse ne einfach so Sabine mit dem achten Monat vielen Dank Dankeschön wir sind bei Lodoron und Craft ey ich bin ein Stinktier das freut mich Lodoron ja ein sehr traditionelles Set wir haben ganz ganz viel BFA mit drin wir haben ein bisschen Traditionsrüstung wir haben ein bisschen Gelöt aus den Dungeons ne und wir haben wir haben wir haben diese fetten Plattenstulpen die genauso gut dazu passen wie sie es irgendwie überhaupt nicht tun oder sowohl das massive Aussehen dieser Stulpen als auch die Farbe ich finde gerade diese Kombination lässt die so ein Stück weit rausfallen könnte mir vorstellen dass du versuchen wolltest versuchen wolltest so einen farblichen Kontrast zu setzen aber ich glaube der ist ein bisschen zu heftig zumal ja auch die Waffe wieder schild gleichermaßen nochmal ein Stück goldener sind als der ganze andere Bums darum würde ich bei den Handschuhen nochmal gucken ansonsten ist es eine schöne Treurüstung ja ansonsten absolut Greg Glanford hallöchen krass also wirklich Respekt mega angenehm dir beim erzählen zuzuhören ja cool das freut mich dankeschön das war damals auch der Grundgedanke ich wollte so meine Begeisterung teilen und habe auch gemerkt dass viele eben gar nichts wissen in dem Bereich aber eben gerne mehr wissen wollen und das nicht so einfach ist wenn man die Bücher eben nicht hat ja und dann ist halt eben immer weiter ich sag mal gewachsen und das Interesse wurde auch immer größer und ja jetzt sind wir beim Timog bewerten es ist auch irgendwie Lore auf jeden Fall bei diesem Hexenmeister hier der der nämlich einen auf Guldan so sieht es aus der gute Sky Rally ist am Start in einem wunderbaren Set aus der Schwarzfels Gießerei mythisch für Hexenmeister und dazu eine wunderbare Artefaktwaffe mit passendem Skin also überwiegend Fullset und natürlich dann die passende Artefaktwaffe ja das passt eigentlich immer also da dürfte jeder eine hervorragende Kombination finden und das mache ich ja auch sehr sehr gern einfach schön zack eines der Sets das wir gemeinsam gefarmt haben Artefaktwaffe Junge das geht immer denkt dran wer Legion nicht gespielt hat Artefaktwaffen gibt es so so viele Skins zum Farmen wollen wir kurz nochmal gucken ich bin ja gerade auf meinem Hexer und Hexer spiele ich ja nur alles andere als aktiv ja aber selbst hier guckt mal was ich hier für Vorlagen habe Junge so viele unterschiedliche Stäbe nur vom Destro jetzt dann gibt es ja hier noch die ganzen Skins von Gebrechen und von Unheilig also wer da mal irgendwie eine Flautenphase hat und der mit Farmen entgegentreten möchte Legion Legion ist der place to be absolut Jo dann Craft habe ich mit allen schriftlichen angefangen die Bücher alle gekauft oh ich bin schuld ja tut mir leid nicht willkommen in der Lore Bubble Glacy hi ich feiere die neue Rasse die zu schön um wahr zu sein ist allerdings befürchte ich dass niemand jemals wieder was anderes spielen wird und meine 50 Slots haben eigentlich gar keinen Platz mehr für ein weiteres Volk das ist mir danach auch klar geworden wir eigentlich machen sie das ja wenn so ein Bums kommt oder Lizard bitte ich hoffe ich hoffe ja wir haben Dugra am Start oh sehr sehr coole Farben wow mit alten alten Schamanenteilen ich denke vor allem an die Schultern mit aber auch erneueren Waffenmodellen wow das sind diese Gleven die kamen damals im größeren Stile ins Game und zwar und zwar und zwar was ist das hier immer für ein größer und kleiner machen oh Gott bin so verwirrt the fuck die kamen tatsächlich ursprünglich ins Game über die Höllenfeuer Zitadelle da gibt es einen Boss der diese Waffen droppt auch je nach Schwierigkeit natürlich in verschiedenen Farben ja und dann wurden die in diesem Modell das Artefakt vom Demon Hunter Tank in Legion ja da haben wir auch ganz ganz viele Skins in dieser Form quasi dazu bekommen und die jetzt hier zu sehen an einem Charmy mega nice es gab auch ihr werdet euch erinnern Freunde Wotika die Faust Gottes nannte sich das nicht dieser komische halbnackte Mönch von RTL sondern eine Waffe die auch so ähnlich geformt war sehr sehr cool auf jeden Fall und das war damals der Anfang einzigartige Faust Waffe da bilde ich mir ein wurden dann die draus und dann wurde das quasi zum Tank-DH Artefakt also sehr cool sehr einzigartiges Design und sehr passend hier zu allem dazu noch oben blaue Bemalung blaues Auge wirklich sehr sehr cool kombiniert hier auch mit den Rüstungen das dürfte T20 sein aus dem Grab mal da wurde das ikonische T6 aus TBC nochmal aufgemotzt diese Gewitterrüstung mit den fetten Schultern wunderschönes Set also ganz ganz großartig wirklich sehr auffällige Teile kombiniert mit so eher unauffälligen wenn wir uns auch den Helm ansehen dieses offene Visier ja stark sehr stark wir haben Solina und auch hier ist das Motto weniger ist manchmal mehr ganz simple alte Rüstung hier mit Fell- und behelfsmäßig zusammengeflickten Linien die wir hier sehen simple Dolche wer bist du Schipp nice hast du Schipp auch dabei oder Lachkick auf Eichhörnchen Nacken und komme gerade aus Nordend ah ja auch das funktioniert natürlich so ein bisschen winterlich schön eingepackt mit den Fällen simple Waffen um sich schnell auch durch den Schnee manövrieren zu können schön verfranzter Umhang also ohne das Set beleidigen zu wollen aber so ein bisschen eben auf ranzig getrimmt ist jetzt keine Gala die besucht wird sondern man muss irgendwie in der Boreanischen Tundra zusehen wo man bleibt und da funktioniert dieses Set natürlich einwandfrei und zeigt genau dieses Leben von der Hand in den Mund wie man sich das vorstellt Rüstung selber genäht und 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 also sehr sehr schöne Idee und definitiv mal was anderes als jetzt einfach leuchtendes Fullset na schön und zum Abschluss haben wir Don Daddy auf seiner goldenen Hand bin das auch ich der nicht zappende Junge wer ist das denn wenn ich den erwische direkt Haustierkampf hab da mal was gebastelt aber weißt du was schlimmer ist schau mal was unter meinem Namen fehlt ach so ja warte mal vielleicht oh du hast Glück du hast Glück es wurden auch noch nicht alle Einladungen angenommen meinst du maybe das hier lass mal sehen ja das meint er okay okay da ist er wieder Edward vielen Dank für dein Abo Dankeschön der Don ja hat so ein bisschen versucht sowohl das Licht als auch die Leere einzufangen ne wir haben die Tentakelschultern aus 8.3 wir haben ein bisschen was aus Dazar Alor wir sehen die Krone wir sehen aber auch das goldene Schwert aus Sereth Mortis und dieses geile fette Schild hier vom Animaleiter aus der Bastion von dem Rare kann das ja droppen mega mega cool generell einiges von den Kyrianern verbaut und das einzige was mich so ein bisschen stört sind die Unterschiede in den Helligkeiten ja die Schultern wirken wie auch der Umhang so ein bisschen matt und dann das Schild wie auch die Hose und die Stiefel so richtig aufpoliert das stört mich ein bisschen aber nicht so sehr dass ich sagen würde ist jetzt komplette Katastrophe ja absolut nicht den können wir mit der Krone direkt auf den Thron setzen welch mit Turalion ganz genau also ich finde das ist eine sehr schöne Idee und ich bin überrascht wie gut es doch noch am Tauren skaliert also gerade sehr große wie auch sehr kleine Rassen haben natürlich schon häufiger mal Probleme mit dem Scaling gerade Helme und Schilde betreffend und hier sehen wir genau was ich meine aber wenn wir da jetzt mal von absehen ist das auf jeden Fall auch eine sehr schöne Kombi und eine schöne Ergänzung auch mit diesem Umhang hier hinten also das geht farblich thematisch auf jeden Fall klar definitiv schön Misty Magda vielen Dank für zwei Monate Dankeschön die Krone passt meiner Meinung nach nicht so recht ja die ist auch immer mit einem eher lachenden Auge zu sehen also diese Kronen die setzen dem Ganzen häufig die Krone auf da sind wir wieder und auch so ein Tauchen mit so einem kleinen Krönchen ist ein bisschen seltsam ja aber zum Grundthema und zur Grundfarbe passt das ja doch häufig sehr sehr gut an sich hast du aber recht so eine Krone ist immer ein bisschen anders einzuordnen würde ich einfach sagen ja da wäre ich auf jeden Fall bei dir gut Freunde ich habe gerade fast beim zur Seite gucken meine Tasse vom Tisch geworfen was mir das jetzt sagen soll weiß ich auch nicht vielleicht zerspringt die dann und wir müssen die mit Archäologie wieder zusammensetzen Blizzard wäre das eine Idee ha ha nein okay schade ich habe ganze drei Teile direkt bekommen Freunde vielen Dank nochmal für das muntere Anhandeln und dann hatten wir doch heute eine fabelhafte Runde gleich mal hier verkaufen und speichern jawohl schön rein damit in die Setübersicht ausgezeichnet ausgezeichnet vorne großes Teppich giveaway heute gehabt dann hatten wir wunderbare Runden im ewigen Palast und viele viele interessante Talks zum Dragonflight zu möglichen Bedrohungen zur Trailer Analyse und 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 möchte euch an der Stelle natürlich gern nochmal auf meinen YouTube Kanal empfehlen oder besser gesagt den Kanal empfehlen und euch darauf aufmerksam machen ist unterm Stream verlinkt da haben wir viele Panels könnt ihr gerne reinschauen auch der Streamplan ist da zu finden täglich Streams täglich Videos wenn ihr Bock habt checkt das gern mal aus wie auch die gut gefüllten Playlists und dann freue ich mich wenn wir uns dem nächsten Mal wieder hören zum Beispiel heute Abend ab ca. 21 Uhr machen wir weiter mit Tiny Tina da geht es in die Border bzw. Wonderlands auch da nähern wir uns dem Finale bin sehr gespannt ist ja nochmal ein bisschen abgespaced als Drachen und so zumindest noch wir werden beobachten wie sich das entwickelt vorne vielen vielen Dank für die wunderbaren Talks für die schönen Runden und euren großartigen Support freue mich wenn ihr demnächst wieder reinschaut bis dahin habt noch einen wunderschönen Abend bleibt gesund und bis zum nächsten Mal Tschau Tschau